Mal vor, ihr müsst Courtier-Rare sein, keine 10 Sekunden die Augen offen und schon wieder tot, ja. Gerade man erblickt so das Licht der Welt, ne, man denkt sich, ach, schön hier, Mensch. Und so viele tolle Freunde, ne, so viele tolle Gourmits und irgendwelche Knorrer, Beeren und was weiß ich nicht alles. Und dann siehst du so, wie sich 20, 30, 40, 100 Leute vor dir versammeln. Und die zücken einfach ihre Waffen, ne. Und du denkst dir gerade so, Mensch, wollt ihr ein Stück Kuchen mit mir essen? Und dann bist du auch schon tot. Während du das denkst, du hast es nicht mal ausgesprochen, boom, einfach dead. Bei der Gold-Quest war die Quest-Belohnung bei mir epic und da waren 800 Gold drin. Interessant, dass es bei dir nur grün ist. Ja, mal sehen, wie viel da drin ist. Also, die Belohnungen variieren ja, glaube ich, sowieso so ein bisschen. Ich meine, im Gilden-Chat mal was dazu gelesen zu haben. Der eine hatte eine Waffe, der andere einen Umhang und so weiter, ne. Aber, dass das bei dem Gold variiert, also ich hoffe nur in Form des Items, ne. Ansonsten, Shion, ich erleichtere dich da auch gern. Ja, wenn du sagst, ey, ich hatte zu viel Gold irgendwie bei der Quest, da kann ich dir auch weiterhelfen, ne. Das ist gar kein Problem. Ich durfte gerade die Farbe meines Namens auswählen. Soll das so? Das klingt so, als wäre das irgendwie ein neues Feature, was Twitch dir unterjubeln wollte. Aber ich glaube, das kann man immer und überall machen. Aber bei mir bist du jetzt grün angezeigt, Floki. Ich glaube, du warst immer rot. So ein bisschen dunkelrot. Mystisch. Mysterioso. Hi. Grüße, Grüße. Sind die Videos zur Lore bei dir oder Barlow zu finden? Auf YouTube sind sie, glaube ich, bei Barlow. Auf Spotify und so findet ihr das einfach unter Lore Talk. Was gibt's für Tee heute? Ich habe feinen schwarzen Tee heute schnabuliert, damit ich auch wach bleibe. Schön in die Pumpe rein, weißt du? So ein Ding. Zero Boy. Hallöchen. Ich bin bei knapp 4 Mille Gold wieder. Ich habe letztens ein paar WoW-Marken gekauft, weil durch die lange Flautenphase hatte ich ja auch mehr Zeit, Sachen zu verticken. Und da bin ich jetzt bei über 6 Millionen, fast bei 7 gewesen. Und da dachte ich mir, ja, musst du jetzt irgendwie was raushauen. Ja, also der Preis der Marke, der gefällt mir immer noch nicht. Das ist mir viel zu hoch. Da ist mir mein Gold eigentlich zu teuer. Aber was will man das auch ewig rumliegen haben, oder? Letztendlich ist es ja zum Ausgeben da. Bild ich mir zumindest ein. So rechtfertige ich dann immer, wenn ich mal groß was ausgebe. Alter, die Arzttermine werden auch immer kränker. Musst du heute so einen Corona-Schnelltest machen. Und plötzlich meint der Arzt, ich muss dir nur kurz diesen Stab ins Gehirn rammen. Nicht bewegen, sonst wird's unangenehm. Ja, hoppala. Ist aber auch geil, ne? Nur wenn du dich bewegst, wird das unangenehm. So nämlich, du musst Stehhalten. Und da haben wir ja trainiert. Wenn wir Widowmaker und Hanso in Overwatch gespielt haben, da haben wir die ganze Geschichte perfektioniert mit dem Stehhalten. Nur ich nicht. Ich zappel dann immer rum wie so ein Geisteskranker. Bin tatsächlich so ein Zappler. Also ich weiß das, daher versuche ich es zu unterdrücken. Aber ich wippe dann gern aufgeregt mit dem Knie oder schlage so meine Füße immer hin und her übereinander. Und das kotzt mich selber mega an. Ja, wenn ich mir auch vorstelle, dass ich meinen Kick noch nicht richtig reingezogen habe, habe ich das Herz ausgezogen. Immerhin das. Sehr gut. Wir waren ja da Saalor. Wenn ich mir vorstelle, du kommst irgendwie ins Wartezimmer oder wenn ich beim Steuerberater sitze oder so. Und ich bin dann immer aufgeregt, weil ich weder von der Medizin noch von Steuern viel Ahnung habe. Darum weiß ich immer nie, was auf mich zukommt und suche mir entsprechende Hilfe. Und wenn ich dann warten muss irgendwo, bin ich nervös. Dann denke ich mir, scheiße, scheiße, was ist passiert? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Das denke ich mir dann. Und dann denke ich mir auch, des Weiteren, ja, wenn jetzt einer reinkommt und da sitzt so ein breiter 2-Meter-Typ und wippt so mit den Knien, als wäre es ein Erstklässer, denke ich mir, boah, nee, Junge. Ich gebe zwar an sich einen Fick darauf, was andere von mir denken, aber man muss es ja nicht übertreiben deswegen, ne. Und dann versuche ich das immer so zu unterbinden und dann muss ich da penibel drauf achten. Ansonsten wird es wieder passieren. Es wird einfach wieder passieren. Selbst die Farbe meines Namens merkt er sich. So ein sweeter Boy. Grün habe ich mir gerade eingestellt, aber dann bleibe ich für dich rot. Konnte ich im Übrigen auswählen, als ich auf das Frosch-Badge geklickt habe. Ah, gucke da und hier, schaut mal mit Service. Unser DH hat ja einfach CC'd und wir haben echt zwei Quests in demselben Gebiet. Das ist ja, Leute, wahnsinnig nice. Wenn wir jetzt schnell sind, können wir hier vielleicht auch alles mitnehmen. Sind das sogar drei Quests in einem Gebiet? Warte, versiegelter Behälter, Kryptogramm und andere. Das sind drei verschiedene. Yo, was? Das ist ja anders belohnt, ey. Top Ebayer gerne wieder. Ist so. Minecraft eben im Übergang ein neues YouTube-Video gegönnt und nun Livestream. Das freut mich, der nahtlose Übergang. So muss das sein. Ja, wenn man immer versucht, so alles mitzunehmen, ist schwierig. Täglich zwei Videos auf YouTube. Eins immer so 20 Minuten, das andere dann meist mehrere Stunden, weil Stream mit Schnitt, ne. Dann 16 Uhr der nächste Stream. Also da komme ich selber manchmal auch gar nicht hinterher. Aber man muss ja auch nicht immer alles gucken. Aber wenn man es so tut, wenn man dabei ist, wenn man Bock hat, ne. Dann vergisst man manchmal die Zeit, die Plattform und sich selber. Und da sehe ich mich dann auch. Ist das der Lore-Talk oder heißen die anders? Nur die Videos müssen Lore-Talk heißen und auch durchnummeriert sein. Ich nehme ja stark an, dass der Onkel auf seinem Kanal auch eine entsprechende Playlist hat. Also Barlow. Ich würde mir auch von niemandem ein Stäbchen in die Nase stecken lassen. Wenn, dann mache ich das selber. Ja, da sind wir WoW-Spieler ja sowieso gut geschult drin, ne. Sachen selber zu machen. Und wenn das dann um so ein dünnes Stäbchen geht, was man in die Hand nehmen muss, dann sind wir ja nahezu schon over-skilled, was das angeht. Ja, also da müssen wir uns ja keine Probleme machen. Alter Nassai. Ich habe gehört, dass Craft so viel Gold hat, dass er sich Marken kauft. Wenn du zu viel hast, dann kannst du mir das immer gern schicken. Du verwaltest das dann, Alter Nassai, wie in den älteren Pokémon-Editionen, wo man der Mutti zu Hause immer so ein Teil vom Preisgeld aus den Kämpfen schicken konnte, damit sie das sparen kann. Wilde Zeiten. So, ich brauche noch irgendeine Box und die würde ich wirklich gern finden. Da ist sie. Dort hinten. Da ist auch noch eine. Da wird auch schon gekämpft. Nein, der haut ab. Ja, nice. Der zieht die weg. Und dann habe ich das auch schon fertig. Wir haben hier noch eine Quest. Nein, das war's. Ich bin fertig. Was? Ja, dann nehmen wir aber den Rare noch mit drüben. Was war denn das jetzt für eine Daily-Runde? Das waren doch 10 Sekunden und dann waren wir durch. Ja, moin. Das Stäbchen ist aber schneller aus der Nase, als man denkt. Also stellt euch nicht so an. Ehrlich, oder? Was muss? Das muss. Rocktool. Hallöchen. Rocktool, ich habe schon erzählt von dir als Sportler. Die Treppe. 1, 2, 1, 2, Junge. Großartige Sache. Zum Glück kommt das Stäbchen in die Nase. Schön ein bisschen Fieber messen. Die ist das. Dann wart ihr im falschen Zelt, Freunde. So eine Teststation, ne? Auf einmal steckt das Stäbchen woanders. Also, Holla. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wollte Craft nicht die Gildenbank etwas aufbessern? Ist das nicht geschehen? Also einige von euch haben maximal gönnend was eingezahlt. Ich kann ja gerne mal nachschauen, wie sich das entwickelt hat. Aber, ja, momentan sind auch 100 Leute immer on. Boah, 76.000. Also das waren ja vor zwei Wochen oder so, waren das nur noch 5.000. Dann haben einige von euch maximal reingegönnert. Und, ja, dauerhaft und konstant mehr werden wird es nicht, ne? Gerade wenn jetzt alle wieder raiden. Oh, oh, oh. Da gibt's auf die Phrase. Aber Hallöchen. Bommel, hi. Von meiner Frau ein Erwachsenen-WOW-Malbuch bekommen. Jetzt kann ich mich auch noch künstlerisch verausgaben, weil zocken reicht ja nicht. Sehr gut. Es muss alles verknüpft sein miteinander. Das finde ich einwandfrei. So, jetzt möchte ich die 800 Gold ta... Shion. Äh, Shion, wir haben irgendwie ein Problem, weil auf dem Item stand dein Name drauf. Ich glaube, du hast meins bekommen. Wir werden das mal tauschen müssen nachher. Ich hoffe, du hast das noch. Hahaha, da waren nur 200 drin. Die Goldbelohnung variiert ebenfalls. Freunde, das ist ja eine rigorose Frechheit, hör mal. Gibt's da nicht. Mighty, hi. Ich glaube, ich muss ganz schnell weg. Ja, Shion fährt gerade durch so einen Tunnel, ne? Konnte mich leider nicht hören. Schade. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich kann mit einem Teststäbchen in der Nase überhaupt nicht. Da bin ich empfindlicher als im Hals. Da können sie von mir aus so weit rein, wie sie wollen. Aber die Nase bleibt tabu. Ist natürlich bitter. Bin da auch sehr empfindlich in der Hinsicht, dass sie immer niesen muss. Und das ist dann auch ungünstig, ne? Aber ja, auf der anderen Seite gibt es auch Schlimmeres, ne? Da habe ich mich bisher immer noch überwinden können. So. Ich würde sagen, wir fliegen einmal rüber. Und dann freuen wir uns gleich über ein neues Pakt-Mount, ne? Mal richtig hier Streamer-Lack aktivieren. Und dann Galoppa, Galoppa. Und Attacke. Deine Kompensation ist im Briefkasten. Oh. Es gibt einen Kessel buntes. Na, da schaue ich auch gleich rein. Wunderbar. Gyros. Hallöchen. Ich habe mal gelernt, dass Fimo ab 40 Grad anfängt auszuhärten. Habe das Fimo immer zum Warmwerden am Körper gehabt. Dann knetet es sich leichter. Oh, wie gut das Gnoll, der nicht da ist. Und einmal hatte ich wohl Fieber. Oh. Da ist das dann geschmolzen. Und jetzt bist du eins mit dem Fimo, oder wie? Ja, das ist ja auch interessant. Da muss man aufpassen, ne? Ruckzuck. Die Körpertemperatur. Da ist man dann die menschliche Fackel von den Fantastic Four. Und dann stehst du da, ne? Du brennst, Fimo brennt, die Bude brennt. Da ist es dann auch unangenehm. Wenn Advent ist, okay, kann man noch ein schönes Gedicht so aufsagen. Aber wenn nicht, oh, Hallöchen. Das kann dann ins Auge gehen. Nee, ist hart geworden. Keine Ahnung, wie ich es anders erklären soll. Nee, das kann man schon durchaus nachvollziehen. Das war jetzt nicht irgendwie übermäßig blöd erklärt. Aber manch eine Formulierung krittet ja in unseren Konversationen dann immer ein bisschen anders, sage ich mal. Okay. Ich würde sagen, wir finden jetzt instant eine Gruppe. Denn der Rare für die Venture ist ja der Stone Crusher. Da ist er schon. Ey, der schreibt auch nur Stone Crusher und nicht mal Stygien davor. Ist egal. Ist egal. Auch diese Gruppe ist bestimmt eine sehr, sehr schöne. Und ich will ja nur meinen Mount. Und keinen Rechtschreibe-Grammatik-Kurs hier irgendwie belegen jetzt oder einen Wettbewerb gewinnen oder so. Oli, hi. Ich habe dünne Nasen-Innenwände. Einmal zu dolle mit dem Stäbchen. Ich bekomme Nasenbluten und nicht zu knapp. Boah, das ist aber auch kacke, oder? Kannst du dann überhaupt in Ruhe popeln oder sieht das dann immer gleich alles aus wie so eine Mordszenerie insgesamt? Boah, da würde ich aber auch abkotzen. Und vor allem mit meiner Pollenallergie. Wenn da mal richtig die Pollen kritten an so einem Tag, wo auch die ganzen Medikamente dann nicht mehr helfen. Wo du dann nur irgendwie so an einer Klopapierrolle hängst, weil Dauertaschentuchbedarf, weißt du. Und das ist belastend so. Da verbrauche ich mehr Taschentücher am Tag als ein 13-Jähriger, der das Internet entdeckt hat. Also das ist einfach nicht mehr feierlich. Sad ist das. So nämlich. Droppt eh nicht. Cray, du hast das doch schon, oder nicht? Ich finde aus Gründen der Gildensteuer solltest du das gleich mal an mich überweisen. Finau Sai, kein Popeln ist schon bitter. Warum streamst du die Raids nicht? Weil das in der Form nichts Besonderes wäre. Also ich würde den Chat oder den Voice-Chat besser gesagt nicht nebenbei laufen lassen. Ich könnte auf euch nicht eingehen und dann wäre es der tausendste Stream von irgendeine Gilde raided grad auf Normal, wiped ein bisschen rum und ich lasse irgendwie Mucke laufen. So, und das wäre genau das, was ihr permanent zu Hunderten auf Twitch schon finden könnt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Dementsprechend gibt es das Beste aus den Raids, das Sehenswerteste, die witzigsten Momente wie immer in den Mad Moments als Best-of. Und ansonsten, ja, bin ich da einfach kein großer Freund von, ne? Wie es so ist. Schmelke, Hallöchen. Grüße, bin froh, dass ich keine Allergien habe. Einmal zu hart niesen und mir platzen die Gefäße. Ja, das ist dann wirklich Glück im Unglück so ein bisschen, ne? So blöd, wie es erstmal klingt. Malöd, aber, ja, so sieht das manchmal aus. Was ist denn hier los? Komm rein und höre Popeln. Ja, es sind wieder die wichtigen Themen, die uns bewegen. Ja, das ist klar. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich nicht mit Facecam streame. Stell dir vor, da musst du ständig dran denken. Ne, jetzt sehen irgendwie 100 Leute gerade zu, kannst nicht in Ruhe Popeln. Boah, würde ich wahnsinnig werden. Keine Ahnung, wie die geschätzten Kollegen das immer machen, Junge. Die müssen dann ja, bevor die streamen, müssen die ja einmal ihre Nase mit so einem Heißluftfön irgendwie bearbeiten. Oder stecken denen ins Ohr, dass alles erstmal so Kalaschnikow-mäßig aus der Nase raus ist für die nächsten Stunden. Und, ne, dann können die so loslegen mit ihrer Session. Aber, uff, das könnte ich auf jeden Fall nicht. Das könnte ich nicht. Jetzt erstmal Mount, Leute. Here we go. Es ist blau, aber es ist falsch. Es ist nicht das Richtige. Aber gut, war ein Try und mit dem wollen und können wir gleichermaßen leben. Gut, Shion hatte vorhin eine ganz nette Idee und zwar hat er gesagt, Antorus können wir eigentlich machen. Und ich glaube, das passt ganz gut, weil gestern hatten wir nicht Antorus schaffen können, weil wir zwei Wunsch-Raids hatten. Und da wir Montag und Donnerstag momentan ja noch WoW spielen, obwohl das ja die Non-WoW-Stream-Tage sind, denke ich, wir können das dann schön hin- und herschieben. Wie weit seid ihr im Raid aktuell? Wir sind beim sechsten Boss. War ein bisschen bitterer Beigeschmack, also auf Normal. Den haben wir auf drei Prozent gehabt, dann war der Raid vorbei. Und das war ganz, ganz traurig. Aber ansonsten bin ich recht zufrieden. Wir sind super durchgekommen, vorher gar nicht gewiped und das war dann der erste richtige Blocker. Ich denke mal, der liegt heute recht zügig und dann geht das weiter. Ich habe heute den Wilderling gemacht, fertig gezähmt, ploppte was Episches auf. Ich war erst am Jubeln, ja, Mount, dann schaue ich nochmal hin. Dann war das ein Item, um die Medien abzugraden. Ja, diese Sichel, die kommt auch so oft und die ist ja eigentlich ganz nett, aber man will das Mounten. Man will einfach das Mount haben. Sehr, sehr belastend. Okay, mit was komme ich denn mit, hör mal? Mit was komme ich denn mit? Gestern war es, glaube ich, der Schorke. Ich glaube, ich habe mal Bock auf einen Hexer wieder. Den spiele ich momentan gar nicht, weil ich mit den Negros so weit erstmal durch bin. Und dann können wir den diesmal so ein Stück weit bewegen. Das wäre so der Kompromiss, den ich mit dem Hexer einfach gemacht habe. Bin ich hingegangen, habe gesagt, ey Hexi, so machen wir das ab jetzt. So wird das was. Und immer dran denken, mit Familie immer rückwärts aus dem Bild gehen. Mit Cam an. Ja, Blickkontakt halten. Was waren denn das für Geräusche gerade, Junge? Die kamen aber nicht von mir. Bolvar ist ein schlechter Verlierer. Auf der Eiskrone hat er den Poppes ordentlich versohlt bekommen. Und jetzt hat er Sylvanas gefangen genommen. In Oribos eingesperrt und will sie verhören. Ich hoffe, sie bricht aus und versohlt ihm erneut den Poppes. Ja, jedem sein Fetisch an dieser Stelle. Können um. Der Schmied ist ein schlimmer Boss. Der war so schwer. Ja, da ist es halt auch so, wenn zu wenige Leute überleben. Das kann man ja später mit Gier kompensieren. Aber jetzt, wenn zu wenige leben, kannst du ja die Mechanik nicht mehr spielen am Ende. Und wo du sonst vielleicht mal so ein Try hattest, wo 5 oder 4 Leute am Ende noch gereicht haben, um die letzten 5% runter zu zergen. Kannst du das jetzt halt knicken. Ja, und wenn dann ein so ein gravierender Fehler passiert, einer mit diesen Ketten mal falsch läuft. Ist ein cooler Boss. Ja, lädt aber zum Verzweifeln ein. So, absolut. Wo du gerade von Pollen redest. Unser Hund hat jetzt zu der Futtermilbenallergie auch noch Pollenallergie. Oh no. Weil wir durch den Umzug in die Voralpen kamen. Und hier gibt es Gräser, die er wohl nicht verträgt. Gibt eine neue Desensibilisierung. Desensibilisierung. Ich kann nicht reden heute. Eine Hypo wurde das immer genannt bei uns. Eine Hypo-Sensibilisierung. So nämlich. Und die gibt es auch für den Wuffel. Ja, immerhin. Dann drücke ich die Daumen, dass das bald greift. Das ist auch so ein Wort. Das ist ein Wort, das ist wie der Schmied. Ja, das lädt zum Verzweifeln ein. Weil du liest es so. Und dann wie wenn man über so eine alte, wenn man in so einem Dorf ist mit dem Auto, über so eine alte Kopfsteinpflasterstraße fährt. Wisst ihr? So desensibilis. So ist das da. Platzunder Kettensägenmotor. Oh boy. Deswegen sage ich auch immer Hypo. Und dann denke ich an Hypno von Pokémon oder den Hyperstrahl. Und dann bin ich auch schon wieder zufrieden. Okay. Wir wollten an Toros gehen. Und hoffen, dass das mal eine sehr, sehr sanige Runde wird. Das wäre super. Frage. Wenn man genug Punkte für einen Wunschrate hat, darf man die dann auch für jemand anderen einlösen? Ich zocke derzeit kein WoW. Aber Schatz, deswegen frage ich. Ja. Also. Ich sage mal in einer Beziehung. Also wenn man sich so nahe da steht, würde ich an sich sagen, ja. Ich möchte aber unterbinden, dass sich das dann dauerhaft so gewohnheitsmäßig hin und her geschossen wird. Also da können wir auf jeden Fall hier und da eine Ausnahme machen. Und wir können es ja auch, selbst wenn nur in einem gewissen Rahmen, nachverfolgen. Deswegen würde ich sagen, gerade in diesem Fall ist das überhaupt kein Problem. Das kannst du natürlich gern machen. Morgen noch exakt zwei Stunden nach vier Tagen wieder ins Tool können. Ah, du bist gemutet. Oha, warst du böse. Ist aber unangenehm dann. Ich habe das Anima-Cap von 350.000 und in meiner Tasche stapelt sich das Zeug. Blizzard, bitte erhöht mal das Cap. Ja, du musst einfach ganz, ganz viele Sachen kaufen. Reittiere, Haustiere und ganz, ganz viel Kram. Oh, Shireen schickt mir gerade ein Bild. Sie hat nämlich unsere neue Mikrowelle heute abgeholt und ist jetzt gerade unterwegs mit dem Teil. Schön auf den Rücken geschnallt, Junge. Oh, herrlich, Freunde. Ich habe bald wieder eine Mikrowelle. Da muss ich nicht mehr jeden Scheiß im Ofen warm machen, sondern kann einfach, oh, geil, mich auf den Greifen setzen. Hau das in die Mikro, mach die an. Hol das raus, setz mich hin und lande. Ey, das ist einfach der Dream. Weil in letzter Zeit, wenn ich irgendwie Essen aufgewärmt habe, ja, wenn ich vom Mittag beim Muddern irgendwas mitgenommen habe, so die guten Tupperdosen, ne, dann musste ich immer erst nochmal den Herd anmachen und so, oder den Ofen und, oh, ätzend. Ja, aber Mikrowelle, Bruder, zwei Minuten und los geht das, ey, das ist, oh, geil. Sonst musste ich, ihr müsst euch wirklich dieses Elend vorstellen. Passt auf, ihr müsst jetzt tapfer sein, Freunde. Obacht, Obacht, es nicht zu schwache Nerven. Da gab es Tage jetzt in der Vergangenheit ohne Mikrowelle, da habe ich WoW ausmachen müssen, weil es so lange gedauert hat, das Essen warm zu machen, dass ich vermutlich disconnected wäre, weil ich so lange AFK war. Oh, das waren schlimme Zeiten. Das waren wirklich, also, oh, da freue ich mich jetzt auf die Mikrowelle und da könnte ich auch ein bisschen heulen vor Freude, muss ich euch sagen, wie es ist. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Bevor ich jetzt die Gruppe aufmache, werde ich nochmal umloggen und die Post checken, weil ich glaube, das habe ich eben vergessen, oder? Das ist so der Klassiker. Das ist, das ist so der Klassiker. Bevor wir Grüppchen aufmachen, hole ich mir noch die Post ab. Das ist, ich nehme an, einmal Bufffood von Shireen für den Raid. Und zum anderen von Mavrid irgendwas Schönes. Entweder ein Haustier oder ein schönes Mount oder vielleicht Temok oder ganz viel Gold, weil er im Schwarzmarkt Lotto gewonnen hat. Wir werden sehen. Und danach geht dann die Antorus-Gruppe auf der Hordenseite auf. Das zumindest der Plan. Kurze Frage, wie schalte ich Sanktum der Herrschaft frei? Bei mir ist das im Schlachtzugsbrowser ausgegraut. Das dürfte daran liegen, dass das für den Schlachtzugsbrowser noch nicht offen ist. Das passiert immer wochenweise nach der normalen Raid-Öffnung. Raffi, Kakarot, hallöchen. Kommen wir aktuell ein bisschen durcheinander mit den Bossen. Ich brauche noch ein bis zwei Wochen. An dem haben wir uns gestern auch aufgehangen. Haben leider nur ein Raid-Abend aktuell, also nächste Woche wieder. Ja gut, ein Raid-Abend ist natürlich ein bisschen kritisch, was auch das Einspielen dann angeht. Aber da sind zumindest alle richtig fit, bilde ich mir einen. Da hat man dann auch die ganze Woche vielleicht, sich nochmal was anzugucken. Und da hat man ein bisschen Leerlauf. Und dann läuft das. Ich wollte mal fragen, wie sehr du dich schon auf den Wunsch-Raid am Sonntag freust, Hamedo. Du Stinker. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt und drücke uns die Daumen, dass wir so sauber durchkommen, wie der Bube das ja berichtet hat. Deswegen bin ich insgesamt ganz guter Dinge. Zeig mal der Teil. Ja, wenn wir es nachher aufgebaut haben, was bestimmt sehr kompliziert wird bei einer Mikrowelle, dann wird es das Bildchen auf Twitter geben. Ja, Shireen hat so ein bisschen Ölgeschicht hier. Ah, Leute, was geht? Und Meldrin mit dem T-Morg. Ja, dankeschön. Die Schulterstücke des Abfängers. Die habe ich in der Tat noch nicht. Zeig mal her. Jo, die sind lecker. Junge, dir auf den Krieger. Wenn der dann mit dem Sturmangriff einfach, bam, schön in deine Seite kracht. Mit seiner Seite, dann bist du einfach filetieren. Dann bist du in zwei Hälften geschlagen, Junge, mit der Klinge da dran. Cool, dankeschön. Da freue ich mich. Da hat sich das Umlocken gelohnt, Leute. Der T-Morg muss immer sein. So nämlich. Jumse, Hallöchen, Grüße. Ah, Shireen hat auch nochmal Bescheid gesagt. Die Post, ganz genau. Ach, und einige mussten sehr tapfer sein. Wegen der Mikrowellen-Geschichte. Das ist schon ganz, ganz belastend gewesen. Absolut. Also da fragt man sich doch, ob dein Herd oder deine Töpfe abgegradet werden müssen, wenn Warmmachen so lange dauert. Und ja, es ist ja nicht nur das Warmmachen, es ist ja dann auch das Fleisch muss irgendwie nochmal gewendet werden. Und im Vorfeld dann noch irgendwie dieser Mehraufwand. Ja, Kühlschrank auf, da musst du dich vielleicht ein bisschen bücken, weil die Margarine oder was auch immer steht unten und dann wieder zu. Und oh, das ist, nee, dieser ganze Mehraufwand. Ja, ich sag mal, rausgehen ist für mich ja ein Problem, weil es fängt schon an bei, du musst halt gucken, dass das T-Shirt nicht in zwei Teile gerissen ist. So, und du musst eine Hose anziehen, du musst vielleicht noch gucken, weiß ich nicht, dass du auch Schuhe anziehst und so. Und das ist für mich alles unnötiger Mehraufwand. Ja, und Mikrowelle, Mikrowelle ist so ein Ding, muss ich sagen, muss man auch nie reinigen. Ja, das sind alles Aromen, die dann an den Wänden festpappen und die machen das dann auch noch leckerer. Während du dann beim Herd, oh, Freunde, wenn ich dran denke, wenn ich irgendwie Spiegelei oder Rührei mache und dann so ein bisschen Eiweiß tropft dann von der Pfanne, dann musst du das wieder einsprühen und sauber. Och, Leute, in der Zeit kann man so viel in Azeroth machen, da muss ich mich wirklich von distanzieren, ja. Das kann ich in keiner Form gutheißen. Gut, wir wollen jetzt an Toros gehen und dazu gehen wir in organisiert, benutzerdefiniert und dort in die schöne Gruppe LOL, die ist wie immer serverübergreifend für euch offen und dann hoffen wir, dass wir einen herrlichen, sauberen Run jetzt auf die Schnelle einmal hinlegen werden. Oder man wischt es halt gleich weg, ja, aber dann muss man erst mal gucken, wo ist die Küchenrolle und so und das, nee, das muss, nee, 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 also da muss natürlich jeder gucken, wie es für einen selber funktioniert, aber für mich funktioniert da gar nichts, ne. Ja, das ist das Problem dabei. Okay, Gruppe LOL und dann hoffen wir, dass wir einen einwandfreien Run heute hinbekommen. Ich denke ja, an Toros sind wir ja geübt, da sind wir ja geschult und dann freuen wir uns natürlich auf das, was uns erwartet, denn bei den Wunschraids waren die Mount Drop Quoten wirklich nicht schön und das heißt, vielleicht gibt es einen Ursul, vielleicht gibt es einen Hund, ja, vielleicht gibt es mehrere Hunde, ey, dream bigger und dann müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen und dann sind wir an der Stelle auch voll geworden. Oh, Meppo ist drin, da wird sich Meppo ärgern, und dann kann er heute gar nicht schreiben, ich wurde wieder nicht mitgenommen. Meppo, Mann, das ist jetzt auch ein bisschen schade, oder? Aber wir haben schön viele Hexer, das ist geil, das heißt, wir können immer porten und damit fangen wir auch direkt mal an, weil wir brauchen ja wenigstens drei Leute, dass wir auch das Steinchen stellen können, ne. So nämlich. Stell dir vor, unsere Waschmaschine hat den Geist aufgegeben, später ging sie und mein WoW habe ich angelassen. Carlito, teach me, unterrichte mich. Ne, ist natürlich alles im Detail auch gar nicht so schlimm. Aber es ging mir schon häufig auf den Sack, weil ich war eben dieses Mikrowellen-Live gewöhnt einfach, ne. Ich war komplett dran gewöhnt, so zu sagen, ich stehe auf, gehe erstmal an den Rechner, mache so ein paar Mails, beantworte ein paar Kommentare, gehe duschen, mache mir meine Teekannen fertig für den Tag, dann wird aufgenommen. So, und wenn ich dann so ein bisschen was fertig geschnitten habe, packe ich mir schnell irgendwas zum Essen in die Mikrowelle. Die läuft, in der Zeit putze ich Zähne oder was auch immer. Und dann Essen fertig, schnell rein, aufnehmen, streamen, abends genau dasselbe Rate. Und wenn man jetzt für die Essensplanung und für das Saubermachen der Gerätschaften oder auch erstmal gucken, ja, halbe Stunde kann es ja dauern, bis man so die großen Pfannen und Töpfe mal endlich im Geschirrspüler richtig untergebracht hat. So, wenn man früher für das Essen samt Planung und Umsetzung zwei Minuten brauchte und jetzt zum Teil 20 Minuten bis 50 oder so, je nachdem, was man macht mit allem drum und dran, dann kann das den Tagesplan halt schon von vorne bis hinten komplett hopsen nehmen. Und das ist auf Dauer sehr, sehr ungesund, Freunde. Weil stellt euch vor, ihr werdet statt 24 Stunden plötzlich als Champion von Azeroth nur noch 20 Stunden oder so vor Ort. Was soll das werden? Was soll das werden? Und dagegen muss ich natürlich was sagen, weil das ist keine Welt, in der wir leben wollen. Ich toppe diese Gewohnheit. Ich habe letztens in einer Apotheke angerufen und Nasenspray geordert, beziehungsweise gefragt, ob sie das liefern, war am Patchday. Als Grund gab ich an, eine Fußverletzung zu haben. Siehe da, sie haben es mir gebracht und ich konnte gezielt grinden. Oh, Bruder. Well played im Namen der Faulheit. Aber da ist tatsächlich bei mir, muss ich sagen, häufig, häufig so die Grenze. Nicht immer, ja. Aber häufig, wenn dann andere irgendwie auch einen Mehraufwand haben, ja. Mein Ziel ist es eigentlich immer, dass alle faul sein können. So, das ist immer so mein Dream. Und wenn ich das dann nach deinem Plan zum Beispiel durchgezogen hätte, Mighty, dann hätte ich wieder diesen bitteren Beigeschmack wie bei diesem Boss in Torgasne und würde mir denken, yo damn, jetzt preise ich die Faulheit, aber der andere muss halt ein bisschen mehr rennen, das ist dann auch wieder schade. Das geht natürlich mal, aber wenn das zur Gewohnheit wird, dann hätte ich, glaube ich, ein Problem mit mir selber. Und da wird es dann auch kompliziert. Aber ja, man muss sich natürlich hier und da auch Gedanken machen, um, ich sage mal, in dem Ausmaß auch zocken zu können, wie man es möchte. Ja, wir haben ja alle unterschiedliche Umstände so. Der eine ist verheiratet, der nächste muss sich um die Eltern kümmern, der nächste hat ein Kind oder so. Und ja, da ist es dann doch ein bisschen schwieriger mit der Planung als Kochtopf oder Mikrowelle. Da ist es meistens dann auch nicht getan. Und dann muss man kreativ werden. So, und kreativ war Mighty. Absolut. Golla, Christa, Hallöchen. Grüße. Ich habe eine Mikrowelle jetzt schon ein paar Monate und ich frage mich, wie ich je ohne leben konnte. Ja, das ist natürlich auch die Macht der Gewohnheit. Wir haben ja auch viele in der Community, die sagen, Mikrowelle geht halt gar nicht. Ja, und das sind dann vermutlich auch diejenigen, die nicht wie ich in Arzorot leben, sondern nur mal zu Gast sind, die der Sucht nicht so extrem frönen wie ich zum Beispiel. Und dann geht das natürlich auch. Wenn man, ich sage mal, seine Tage so plant, dass nicht das oberste Ziel eines jeden Tages ist, so viel wie möglich zocken zu können, dann kann man natürlich auch sagen, ja, okay, also das Warmmachen dauert jetzt einen Moment länger oder ich muss noch, was weiß ich, das Waschbecken jetzt mal putzen, ist kein Problem. Aber bei mir wäre das dann, ich muss das Waschbecken jetzt noch putzen, komplett Terror. Ja, weil in diesen Minuten könnte ich Missionen starten oder könnte, weiß ich nicht, das Inventar aufräumen, mal ganz skurril gedacht. Und das ist so, ja, wirklich grauenvoll, da könnte ich weinen. Nee, so schlimm auch nicht zum Glück. Ob es, na dann ist es wirklich eine Sucht, oder? Wenn du heulst, weil du das Waschbecken putzen musst, ich glaube, dann können wir schon von einer sehr ausgeprägten Sucht sprechen. Ich glaube, wenn das passiert, dann würde ich mir doch Gedanken machen, Mann. Oh boy. Wir kennen so alle diese Geschichten, entweder von uns selber oder von diesem einen Typen aus dem Raid, ja, wo mitten im Raid die Eltern im Hintergrund rumbrüllen und dann sowas sagen wie, John, Thomas, Franz, du wolltest vor drei Wochen den Müll rausbringen und der Vater hat dann rausgefunden, dass er den Müll nicht rausgebracht hat, sondern einfach unter sein Bett gesteckt hat. Ja, und der Gestank nach siechendem Tod hat ihn dann verraten. So, und das war bei uns zum Beispiel Dennis. Dennis, kennen viele von den alten Mad Moments, von den Legion Raids und Co., der hat auch erzählt, dass er früher eben so eine Suchtphase hatte, da war gar nichts, ja, da hat er sich nicht rasiert, nicht gewaschen, nicht den Müll rausgebracht, kam nicht zum Essen, fucking gar nichts so. Und, ja, wenn das wirklich lang anhält und zum Lifestyle wird, kann es natürlich schwierig sein, ne? So, wenn man zum Beispiel alles, was ich eben gesagt habe, so zu 100% ernst meint, oh boy, ich weiß nicht, ob man dann am Ende des Tages immer zufrieden ist mit dem Gesamtpaket, aber gut, wer bin ich, das von anderen zu beurteilen? Mich würde es auf jeden Fall stören, glaube ich. Ich sage bewusst, glaube ich, weil ausprobiert habe ich es tatsächlich auch noch nicht, wie es so ist. Hast du mal an einen Mini-Ofen gedacht? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, aber vielleicht werde ich mir ein bisschen was ansehen. Ich habe eure Empfehlungen tatsächlich gerade verfolgt, auch von diesen Heißluft-Fritösen, hört man immer sehr, sehr viel Gutes, ja, und ich bin jetzt erst mal wieder zufrieden mit meiner Mikrowelle, eventuell habt ihr es mitbekommen, dass ich mich da ein bisschen drauf freue. Und dann mal schauen, was die nächsten Anschaffungen werden, oder vielleicht auch nicht. Machen wir noch eine Runde, mal gucken, hängt davon ab, wie lange wir brauchen. Ach herrlich, Craft, bei deinen Mikrowellengeschichten bekommt sich köstlich amüsieren eine ganz neue Bedeutung. Oh ja, ich weiß genau, was du meinst. Man kann Mikrowellen reinigen. Ich habe mir jeden Monat eine neue gekauft, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt wissen wir zumindest, wo der ganze Metallschrott herkommt, seht ihr? Und der Elektroschrott und allein der Mikrowellenschrott, ja, das ist ja eine eigene Kategorie mittlerweile und jetzt wissen wir auch, wo der Ursprung ist. Sehr schön. Bildungsstream. Ich sage es immer wieder. Leider kein Hundemount, aber dafür Handschuhe. Handschuhe, Leute, wer die braucht, Platte, kann die gern bei mir abholen. Fühlt euch frei denn? Geschirrspüler, was ist das? Kann man das essen? Ja, habe ich letztens aber wirklich drüber nachgedacht, so ernsthaft als ich, ja, weil macht man halt nicht gern. Ja, das Ausmaß von eben war natürlich leicht übertrieben, aber man macht es ja nicht gern. So, ich kenne keinen, der sagt, geil erstmal Geschirrspüler einräumen und ich dachte mir dann auch so, boah, scheiß, Geschirrspüler, dies, das und dann dachte ich, ja, besser als selber von Hand alles abwaschen zu müssen und dann dachte ich, damn, stell dir vor, es gäbe keine Waschmaschinen. Dann müssten wir alle zum fucking Fluss pilgern einmal in der Woche oder so und unsere Wäsche mit so einem Waschbrett reinigen oder im Waschbecken oder so oder alles in die Dusche. Wäre vermutlich eine normale Sache dann mit Klamotten zu duschen und die dann auszuwringen, am Körper trocknen zu lassen, keine Ahnung. Oh, Junge, es kann auch immer schlimmer kommen. Wer fliegt denn da gerade weg? Meppo? Äh, Jo, Leute, haut rein. Wenn ihr keinen Bock auf die Bosse habt, ist nicht schlimm, könnt ihr auch schon mal da drüben hingehen. Naja, noch was zum Raiden. Wir haben bis jetzt zwei Tage Raid gemacht, die Woche. Da kommt noch einer am Samstag, war Beschnuppen-Raid, haben den Raid-Kader von einer gut befreundeten Gilde von uns fusioniert und, naja, haben nun feste Raid-Tage zwei Stück, Dienstag und Donnerstag. Unser Raid-Lead und die Raid-Gruppe ist einfach nur toll. Ich glaube, hatte das schon unter den Gluthof geschrieben. Hatten Probleme mit dem Neuen erst mal. Achso, deswegen dieser Beschnuppen-Raid. Ja, erst mal gut was geplättet, erst mal kennengelernt, wie es so ist. Dann weiter durchgerannt bis zu Überreste von Nersul. Das kommt heute. Hatten einen rechten Chaos-Try am Ende vom letzten Raid-Tag. Ist aber trotzdem eine tolle Gruppe. Kriegen da Easy 10 von Svenazia. Das ist doch super. Also, wenn du das jetzt schon mal sehen kannst, dann ist das so eine sehr, sehr gute Sache. Schafft man die Innie nicht alleine? Nee. Also, allein aufgrund der Boss-Mechaniken dürfte das ausscheiden. Es gibt einige Ficker, ja, so vielleicht zwei Prozent in der Community, die auch Antorus und einige Bosse da schon Solo machen können. Aussage von Blizzard allerdings dazu, am Ende von Shadowlands. Am Ende von Shadowlands soll es für jeden Spieler möglich sein, Legion-Rades auf mythischer Schwierigkeitsstufe Solo zu absolvieren. Vorher wird es den ein oder anderen geben, der das tut, aber das sollte man dann lieber nicht verallgemeinern für die Sicherheit. Ich stelle mal einen Portstein, Leute, weil ich glaube, manch einer ist gerade so ein bisschen abhandengekommen. Ich kotze gerade beim Neko-Angriff ab, aber nicht wegen den Bugs. Komme ins Gebiet, nehme alle Quests an und kein Mensch ist da. Ist für die Quest, wo man die Elite-Mobs umhauen muss, natürlich echt witzig. Nicht. Und dann bin ich auch noch Dauerinfight, ohne dass mich jemand im Target hat. Ey, same. Als ich mit Mervid und Co. den einen Abend dieses Hunt-Mount fertig gemacht habe, das Golden, da hatte ich das auch. Und dann sind wir durch die halbe Zone geritten, so und ich immer hinterher mit Schattentoren dachte auch, ey, Mann. Und dann mussten wir dieses Hunt-Mount ja aus so einem Riss-Portal holen. Das heißt, wir haben so einen Riss gestellt, wo wir ja in Cortia auch die Runde gedreht haben. Und dann konnte ich den nicht betreten, weil ich Infight war. Ey, hab ich gekotzt. Ich hab meinen ganzen Tisch vollgereiert. Echt, das war nicht schön. Absolut nicht. Faulheit für alle. So, nur 5 Euro. Let's go. Darf's noch etwas mehr sein. Solido, Hallöchen. Grüße, Grüße. Naja, seine Mühen werden ja mit Trinkgeld vergütet, das gleicht's aus. Ah, okay, Meinti. Du hast das Ganze noch mehr durchdacht, als es eben durchschimmern konnte. Well played. Dann könnte ich auch damit leben, muss ich sagen. Dann, dann ist natürlich das nicht so eine Verschiebung, sondern dann ist es am Ende wieder fair play. Well played. Herendia, 30 Monate, Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe einen Geschirrspüler, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das früher mit dem Geschirr gemacht habe, oder? Man hat dann mal so eine Phase, wo man den Geschirrspüler anmacht und dann dreht man sich um und da steht noch ein Teller oder ein Glas. Und dann denkt man sich, naja, wasche ich das eben schnell so ab? Und dann stehst du da und die Hände funktionieren gar nicht, ne? Dann versuchst du diesen Teller irgendwie zu nehmen und so einen Lappen oder einen Schwamm, ja, oder so eine Bürste und auf einmal hast du den Teller auf dem Kopf und die Bürste in der Hose. Und dann denkst du so, hä, nee, so war das nicht und ja, so geht mir das dann häufig auch. Sehr, sehr mystisch auf jeden Fall. Ich bin auch viel zu süchtig, mag mir wer ein Leben schenken, du vielleicht, oder ist bei mir ja auch nicht mehr viel von übrig, ne? Ich sagte bewusst, ich habe da leicht übertrieben bei diesen Äußerungen. Leicht. Da unsere Spülmaschine derzeit defekt ist, muss man alles per Hand spülen, deswegen muss ich auch laufend schauen, dass nicht zu viel unnötig dreckig gemacht wird. Habe schon bei einem Reparaturservice angefragt, wie viel das kosten könnte. Mal abwarten, was rauskommt. Ja, da muss man auch immer aufpassen, ne? Das ist genau wie mit Schlüsseldiensten und Co. Oh, da wird man auch schnell mal über den Tisch gezogen. Immer erstmal absichern, lieber nochmal nachfragen, können sie mir das schriftlich geben, so dies, das, nicht, dass da alle Verbrecher sind, natürlich nicht, aber es gibt genügend schwarze Schafe. Der Moment, wenn man mit dem Smartphone den Staubsaugroboter startet und der Hund meint aufpassen zu müssen, ein Bild für die Götter. Ja, hatten wir auch, als Sharoons Eltern mit dem Wuffel, mit Tyson, da waren, da ging auch unser Roboter an und er hat erstmal eine halbe Stunde durchgebellt, auf den Sonntag. Das war großartig. Da haben wir gleich bei den Nachbarn einen guten Eindruck gemacht. Hast du einen Reiskocher? Ne, habe ich auch nicht. Also das, das schickste, was ich habe, neben so Küchenstandardgeräten, ist ein Sandwichmaker und ein Milchshakemaker habe ich auch noch, aber das war es dann schon wieder. Heißluft ist geil, wenn man alleine ist, ansonsten mache ich immer Topf mit Öl. Ja, und wenn man da die Zeit entsprechend hat, ne? dann ist das ja auch eine wunderbare Sache. T-Mog zum Schluss, können wir gerne machen, nur bitte keine Fullsets, weil davon hatten wir jetzt schon wieder zur Genüge, ne? Mini-Ofen Beste, bin froh, einen zu haben. Ja, klingt cool, also werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und dann mache ich ein Sponsoring klar und dann verlosen wir ein paar Mini-Öfen, das wäre auch geil, oder? Sehr nice. Ich glaube, bevor du in die Sucht verfällst, wird dich Schei mit der Pfanne erschlagen. Ach ja, und hatte Schei nicht die Idee, mit einer Taschenfritteuse, stimmt, da war was, ne? Mit den guten Pommes direkt aus der Hosentasche. Oh boy, wer wird dann wen erschlagen? Und mit was? Sir Hamedo, ne? Wir werden sehen. Hast du auch einen kleinen Kühlschrank neben deinem PC? Stehen für kühle Getränke? Ne, habe ich bei Muri immer gesehen, ne? Wenn der gute Muri streamt, so greift er irgendwie zur Seite und dann hat er so 300 Red Bull-Dosen da liegen, also, coole Sache, habe ich aber nicht. Ne, ich trinke auch selten richtig kalte Sachen, muss ich sagen, ne? Ich bin ja Teetrinker und da habe ich häufig gar nicht die Ausdauer dann zu warten, ne? Dann sitze ich hier, wenn die Teekanne im Kühlschrank stehen würde und trommle so mit den Fingern auf den Tisch und denke mir, wird kalt jetzt, wird kalt und deswegen würde der bei mir vermutlich verweisen und vereisen, aber ist an sich natürlich schick, ne? Das ist so, wie wenn man sagt, ich habe da eine kleine Skihütte in Espen, da kann man auch sagen, ich habe hier so einen Minikühlschrank, ne? Auf den Tisch. Oh, wird dann gemacht. Oh, die Standard-Streamer-Ausrüstung. Sehr schön. Gnäude, hi. Kann ein Gruppe 1 helfen bei Bedarf? Das ist sehr, sehr schön, Freunde, darum erstmal die Frage von mir, haben wir jemanden in der schönen Gruppe 1, der aus Gründen ganz egal welchen, nicht in der Lage ist, die Kristallmechanik zu spielen, weil er es nicht kennt, weil er Lex hat oder, 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 dann bitte bei mir melden und dann gucken wir, dass wir die Gruppen so bauen, dass das hinaus. Ich kenne die Mechanik nicht, das ist überhaupt kein Problem, dann tauschen wir dich einmal mit Blutbad, so, wunderbar, Jawu wird das kennen und Huschi bestimmt auch, oder? Darum sage ich jetzt einfach mal, Gruppe 1, spielt bitte die Kristalle, Gruppe 2, verteidigt bitte unten, bei Position X, Gruppe 3 und 4, verteidigen bitte am Eingang, bei Position Blau, oh was zum Fix sind diese Whispers, und Gruppe 5, verteidigt bitte oben, bei Position Violett, das ist nicht oben, lass mich das gerade korrigieren, das ist oben, ihr habt alle einen Action Button, einmal drücken Fliegen, zweites Mal drücken Landeposition wählen, und wenn ihr nicht in Gruppe 1 seid, dann müsst ihr einfach eure Position verteidigen, vor allem was da kommt, ihr seid Soldaten Gondors, ihr wisst Bescheid, kenne es leider auch nicht, gar kein Problem, bin zu blöd für die Mechaniken, Meppo, du bist auch gar nicht Gruppe 1, und, ich kenne die auch nicht, du bist auch nicht Gruppe 1, kein Problem, wir bräuchten dann, aber noch einen, der es kennt, und der müsste dann einspringen, noch für Huschi, kann denn für Mordor, hallo, glaub's ja wohl, kann denn noch jemand einspringen, in Gruppe 1, der es kennt, dann bitte einmal melden, damit wir da noch tauschen können, kann helfen, super, Araven, jawohl, da kommen sie alle sehr, sehr schön, dann tauschen wir noch Huschi einmal aus, und dann passt das, also Gruppe 1, vorne die Kristalle, Gruppe 2, unten bei X, Gruppe 3 und 4, Eingang bei Blau, und Gruppe 5, oben bei Violett, ihr habt alle einen Action Button, einmal drücken Fliegen, zweites Mal drücken Landeposition wählen, ganz easy, und einfach verteidigen, ey, ich muss das Pad weg sehen, Junge, das klingt ja immer wie irgendwie so Bier-Schiss, Junge, das kannst du ja keinem erklären, okay, dann mache ich einen Ready Jack, und dann fliegen mir die Ohren weg, welch schöner Reim, und dann geht das los, so nämlich, ich hatte beim Abi einen, der hat sein Schülerpraktikum gefaked, um WoW zu spielen, vier Monate vor der Prüfung, brauchte er dann gar nicht mehr zur Schule kommen, wow, das ist aber auch blöd, oder? Also das Faken, dann sucht man sich doch halt irgendeine Stelle, wo es super easy ist, oder super chillig, da habe ich tatsächlich auch, ich sag mal, immer zuvor, den Mehraufwand in Kauf genommen, um hinten raus, eben, gechillter sein zu können, ja, da musste ich dann immer, noch ein bisschen quatschen, auch mit der Klassenlehrerin, so, warum ich das bei meinem Onkel machen möchte, in der Firma, oder wie auch immer, ja, und dementsprechend, musste ich da auch ein bisschen kämpfen, ein bisschen kreativ werden, aber dafür, ja, war ich dann bei meinem Onkel, der ist selbstständig so im Kfz-Bereich, ne, Mechatroniker, dies, wird immer zu Unfällen dazu gerufen, für ein Gutachten, und dann sind wir immer vormittags, ein bisschen rumgecruist, haben dann schön Brunch gemacht, und dann konnte ich nach Hause gehen und zocken, ja, aber dafür musste ich halt im Vorfeld, mich ein bisschen durchboxen, ein bisschen kreativ werden, bei der Erklärung, warum mich das jetzt unbedingt interessiert, wo mich doch letztes Jahr, das Handwerk von meinem Vater interessiert hat, und so weiter, aber, ja, da habe ich das dann immer richtig verpackt, ne, damit ich dann auch schön auf entspann, mega nice, das Praktikum, und was ich dann in der Berufsschule hatte, im medialen Bereich, das hatte ich ja beim guten Morell, und Morell ist unser Heiler aus dem Mainrail, und der ist Student, beziehungsweise Tutor, und da habe ich gesagt, ey, du machst da auch irgendwie Informatik, kann ich nicht bei dir Praktikum machen, und er dann auch so, hä, naja, wie, und ich so, naja, Fernpraktikum und so, ja, und dann hat er gesagt, ja, kann ich vielleicht über meinen Professor, ja, und dann war ich bei Morell, bei einem unserer Raytheiler, und einem sehr, sehr guten Kollegen, einen sehr, sehr guten Kumpel, und, ja, dann haben wir immer mal ein bisschen gequatscht, meine Lehrerin hat dann bei ihm angerufen, hat gefragt, jo, wie macht er sich, und er dann so, ja, ja, alles super, und dann haben wir schön gezockt zusammen, allein in der Zeit, also, das meine ich, ne, man muss da nur kreativ werden im Vorfeld, und dann läuft das, und zack, macht man Praktikum, bei seinem Raytheiler, ha, 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 gar kein Problem, habe auch schon überlegt, meinen Noble Chair, beiseite zu schmeißen, und einfach einen Toilettenstuhl zu nutzen, zeiteffizient, ja, das finde ich sehr, sehr gut, also, Mighty hat hier ein paar wirklich hervorragende Ideen heute gegeben, so ein paar Denkanstöße, ja, genau so muss das nämlich aussehen, in der Gedankenwelt, Moinsen, leider eingeschlafen, und in ihn verpasst, das ist schade, aber ist ja weder der erste, noch der letzte Run, Ich darf nur daran erinnern, dass Rex Troy, Schrillschlinge Solo machte, oder den OG Raid Boss spielt, und gesamt OG auf ihn einprügelt, und er dann noch 10 Minuten oder so am Leben bleibt, das stimmt wohl, das ist auch immer die große Angst von Blizzard, weswegen sie ja mittlerweile sehr, sehr schnell Sachen auch, ich sag mal, Hot fixen, die eben zu gefährlich werden könnten, auch gerade für diese Kollegen, da lässt du einmal einen Buff zu lang drin, der nicht nur in der vorhergesehenen Zone funktioniert, und zack, hat Rex Troy irgendwie die neuesten Bosse auf mythisch gesolot, da haben sie ja auch gut an Tempo zugelegt, was solche Sachen angeht, was da gerne kommentiert wird auf Twitter mit, da wurde wieder Spaß detected, das muss natürlich raus, ja, von mir aus, aber da muss man natürlich auch diese ganzen Kollegen, die genau auf sowas abzielen, weil es ihnen den meisten Spaß bringt, ihre Leidenschaft ist, diese Mechaniken auszunutzen, die muss man natürlich auch bei dieser Rechnung, ich sag mal, nicht vergessen, sondern in Betracht ziehen, und dann ist klar, warum sie da hinterher sind, bräuchten wir bald gar kein Datamining mehr, weil die alles schon instant freischalten, Junge, weil sie dann drölfzig Trilliarden Prozent mehr Schaden drücken, und den fucking Primus aus Versehen wegschotten, so kann keiner mehr die Quest machen, hoppala, blöd gelaufen, ist es sehr komplex, ein Blutika zu spielen, nö, also nicht komplexer, oder weniger komplexer, als andere Tanks, würde ich sagen, überlege meinen Unholy Decay umzuskillen, um mich mal im Tanken zu probieren, ja, mach das, auf jeden Fall, mach das, mach das, da kannst du dich gerne frei fühlen, ist der Delay bei mir nur so mega, mein Resub war vor 8 Minuten, also, ich weiß nicht, wie die Anzeige kam, aber ich hänge auch gerade beim Chat ordentlich hinterher, weil ich sehr viele Beiträge zum Mikrowellengelöten mitbekommen habe, deswegen bin ich jetzt auch erst bei deinem Beitrag, aber der ist halt, ne, einfach nur verschoben, weil ich im Chat gerade nicht aktuell bin, deswegen könnte dieser Eindruck entstehen, ist quasi ein Fake Delay, ah, da sind wir wieder, ich hab einen Toaster, ich weiß bis heute nicht, wer die mitgebracht hat, ja, Toast ist sowas so, richtig mit Toaster und allem drum und dran, damit verbinde ich immer Camping, weil beim Campen war schön getoasteter Toast immer das einzige warme, was wir hatten zum Essen, und deswegen hatte ich auch tatsächlich, gefühlt nie einen Toaster, muss ich sagen, aber vielleicht gönne ich mir ja mal, vielleicht werde ich demnächst ein toastender Boy, ja, Angriffs und Brief von der Toastgesellschaft, werde feierlich aufgenommen, das wird schön. Kraft hat ein Teeregal neben seinem Rechner stehen, der greift links in das Regal und holt sich eine neue Teekanne raus, ja, so richtig maschinell abgefertigt, ne, und das wird dann immer auch direkt neu befüllt und aufgegossen und, herrlich, Toast Stream, genau, let's go, Snowy, hi, ich brauch auch so einen kleinen Kühlschrank für meine Energy, aber anders als bei Streamern, bekomme ich den ja nicht günstiger, wenn Monster drauf steht, nee, der wird sogar extra teuer, weil das Logo drauf ist, ja, für den Lifestyle, Gnollde, du weißt, Anihal, wie war euer Tag so? Ganz cool, hatte heute früh Zahnarzt und konnte den halben Tag nichts essen, weil alles taub war, nicht so cool, am 15. bin ich ja auch wieder dran, jetzt gibt es erstmal Kaffee und die Muffins, die ich gestern gebacken habe, ja, dann schmecken lassen, das klingt auch wunderbar, der Erfolg hier war schrecklich, yo, den haben wir ja auch gemacht, ne, und das war anders verwirrend, spielst du kein TBC mehr? Generell spiele ich kein Classic, weil ich es insgesamt sehr langweilig finde, ich mache ein Let's Play auf YouTube, da kommen immer mal Folgen, die jetzt vom aktuellen 9.1 Inhalt und Story und Co ein bisschen verdrängt werden, weil das eben gerade wichtiger und aktueller ist, aber damit ich es überhaupt spiele, sage ich immer, habe ich ein Let's Play laufen und da werdet ihr Classic Content, wenn überhaupt, dann hin und wieder auf YouTube finden. Also ich wäre ja dafür, dass mindestens einer aus Gruppe 1 die Mechanik nicht kennt, musste es beim ersten Mal ja auch lernen, wie es geht. Ja, aber ich will auch keinen dazu zwingen, ne, also hin und wieder haben wir ja Leute, die dann sagen, okay, ich kenne es zwar nicht, aber ich würde es gern machen, kannst du es erklären und dann machen wir das natürlich auch, ne, aber wer jetzt keinen Bock hat und vielleicht einen scheiß Montag hatte und sich denkt, ey, verschont mich mit dem Mist, ich will meinen Loot, ne, dann werden wir den natürlich nicht ja irgendwie vor die Kristalle zerren. Das war Eonar, liebe Leute. Hier vorne den Loot abholen, dann mit dieser leuchtenden Weltenseele hier sprechen und dann mit dieser Panzerung dort vorne fliegen. Bitte nicht kreuz und quer hier rumrennen, sonst finden wir euch nämlich nie wieder. Wir vermissen immer noch bis zu 5 Leute, die irgendwann vor einem Jahr mit uns in Antorus waren und hier falsch abgebogen sind, deswegen das bitte vermeiden. Und wenn ihr mit dieser Panzerung geflogen seid, dann seid ihr beim Teleporter und der bringt euch zum Auslass. Da wollen wir uns gleich sammeln und dann weitermachen. Ja. Bei sowas wie Praktika habe ich immer bei einem Kumpel in der Familienfirma als Maler gemacht und habe dann eine Woche gepennt und wir haben immer durchgezockt. So, Jumsel, da bin ich ganz bei dir. Hahaha. Da bin ich ganz bei dir. Okay, zum Auslass. Und ich werde gleich mal die Gruppen so ein bisschen umordnen, damit wir uns nicht gleich in dieser herrlichen Aufteilung verlieren. So, das sieht auch super aus. Die letzten Monate in Shadowlands, wie wirklich richtig zocken können, weil Prüfungen und Projekte im RL, ach nie vermutlich, ne? Da war Autokorrektur wieder real. Nie richtig zocken können und jetzt geht das los, oder wie? Nur alles fertig und ab in die Sucht, nachdem man tagsüber im Wasser war. Na, das klingt wunderbar. Leute, ihr solltet da weggehen. Da spawnt der Boss. Oh, ja. Das ist schade, denn es sind noch nicht alle da. Das bedeutet, wir dürfen uns einmal umbringen, einmal alle runterspringen. Ich weiß nicht, ob man den resetten kann. Tod ist auf jeden Fall der mehr oder weniger garantierte Reset. Da beim nächsten Mal bitte nicht so weit vorlaufen, sonst müssen wir hier Rettkosten farmen. Ist natürlich nicht schlimm, kann passieren, aber fürs nächste Mal wissen wir Bescheid. Wie ist eigentlich das TBC-Let's Play geplant? Bis Level 70, das wird ein langer Weg, ein verdammt langer Weg. Ja, aber Schmelke, guck dir an, wie lange Iron Man Challenge läuft, seit 2016 oder so. Deswegen, ja, wollte ich das nicht als Argument nehmen, das mittendrin oder von vornherein abzubrechen. Aber ja, das wird uns höchstwahrscheinlich eine Weile begleiten, aber genau das macht es vielleicht wieder interessant, weil wir dann ja auch mitbekommen, wie sich TBC und die Community und 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 entwickeln, verändern oder halt auch nicht. Also stelle ich mir eigentlich ganz spannend vor. Teilen, Hallöchen, Grüße, der DH ist fast 50, Anfrage geht raus. Ja, ich habe vorgestern, glaube ich, neu eingeladen. Die Bewerberliste sieht schon wieder sehr geschmeidig aus, aber du siehst, ein Laden ist noch grau. Ich werde noch ein paar inaktive rausschmeißen müssen, vielleicht klappt es heute Abend, wenn nicht, dann bestimmt die nächsten Tage. Und dann sind alle, die jetzt in der Bewerberliste hängen, natürlich auch gleich mit drin. So nämlich. Okay, ich würde sagen, ich beschwöre mal, beschwöre mal, beschwöre mal, meinen Wichtel wieder. Und dann gibt es sogar ein Festmahl hier, oder was? Ey, mit Buffhut hier heute. Sandor gönnt hier reichlich. Mensch, Dankeschön, Dankeschön, lecker sieht das aus. Da hätte ich jetzt auch Bock, muss ich sagen. Hier, oder? So ein schönes Festmahl, Junge. Da sehe ich mich. Absolut. Mir geht es nicht um die Schwere. Na, ihr habt Diskussionen wieder am Start. Da werde ich heute passen, glaube ich. Heute habe ich keine Lust auf TBC vs. Retail. RexTroy meldet die Bugs immer, bevor er die Videos hochlädt, damit Blizzard genügend Zeit hat. Wirklich? Oh, Schmelke, das wusste ich gar nicht. Das finde ich ja sehr, sehr stark von ihm. Gut, die scheitern zwar gerne am fixen, aber normalerweise geht es nicht mehr, bis die Videos on sind. Das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich ein starkes Detail. Okay, cool, Dankeschön für die Info. WoW, TBC und Retail sind Schmutz, zockt lieber Fortnite. Ja, oder lol, oder? Was weiß ich, spielt mit einem Tamagotchi. So nämlich. Ich habe bei Twitch immer einen Tag, wo meine Chat-Eingabe mega nervigen Delay hat. Dann wieder einen Tag wie heute, wo alles okay ist. Wechselt sich immer ab irgendwie. Ja, gestern war schlimm. Also gestern hatte der Twitch-Chat auch bei mir massive Probleme, aber in der Regel läuft es bei mir zum Glück. Wenigstens mit dem Chat-Wisser. Wenigstens da läuft es. Wirst du dann einen Toast auf einen frischen Toast ausbringen? Oh, sehr interessante Frage. Ich denke ja. Denn wenn eines schon final aufgebaut ist in meiner Wohnung, dann natürlich das Schnapsregal. Und das ist ja nicht nur zum Angucken da. Obwohl es natürlich auch sehr schön ist. Absolut. Ich dachte, wenn man Spaß haben will, spielt man nur an sich selber rum. Stell dir vor, du gehst zur Gamescom, so in irgendeinem Latex-Outfit und sagst, ich bin auch Gamer, ich spiele gerne an mir rum, Leute. Let's go. Ich glaube, dann wird man komisch angeguckt. Und das muss man erstmal schaffen, oder? Auf der Gamescom komisch angeguckt zu werden. Uff. Belastend. Kann mir jemand sagen, woran es liegen kann, dass plötzlich ab und zu mein PC entweder sich aufhängt oder einfach ausgeht? Ich auf jeden Fall nicht. Aber wenn man eine spontane Idee hat, wo man da mal nachforschen könnte, dann haut gerne raus, liebe Leute. Wo sind unsere Techniker? Freunde, ihr müsst mal gerade gucken wegen Sound, aber sieht gut aus. Alles cool. Yo, ich habe gerade bei Emuna kurz rausgetappt und lebe noch. Das ist natürlich auch sehr wild. Muss sagen, mit 9.1 ist mein Spielspaß noch tiefer gefallen. Das ist schade. Die Neuerung finde ich eher mehr für einen Patch, der so lange in Entwicklung war. Werde auch mit dem Mythisch Raiden erstmal aufhören, weil sich WoW momentan eher nach Stress und Arbeit anfühlt. Ja, das ist natürlich schade. Also das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, wir haben unglaublich viele Sachen bekommen und ich habe noch nicht mal geschafft, mir alles anzuschauen. Ich bin so noch mit Farmen und so weiter beschäftigt. Ich habe nicht mal den neuen M-Plus-Affix und so weiter gesehen. War erst einmal im neuen Raid. Ich finde es immer interessant, wie die Wahrnehmungen da auseinander gehen. Und natürlich gleichermaßen, schade, Creeptroll. Ich hoffe, das wird eines Tages, eines hoffentlich auch nicht allzu fernen Tages für dich wieder alles schöner und besser auch werden. Und ja, das ist immer schade, aber was will man machen? Wenn es so ist, wie du sagst, dass es sich nach Stress und Arbeit anfühlt, das soll es natürlich nicht sein. Und dann ist, denke ich, so eine Pause auch die richtige Entscheidung. Aber ich bin zum Beispiel super zufrieden mit dem Patch bisher und sicherlich ist immer Luft nach oben und generell ist Shadowlands jetzt auch nicht das goldene Maß aller Dinge, was ein rundum perfektes Add-on für WoW angeht. Aber ja, ich kann tatsächlich wenig bis gar nicht meckern. Ja, aber es wird immer so sein, dass die eine Seite so sagt und die andere sagt so so. Sprich, die kommen dann hier und da einfach nicht zusammen und das ist ja auch verdammt gut so. Sonst würden wir immer alles gleich gut finden und nur dasselbe spielen, dieselbe Klasse, dieselbe Rasse, dasselbe machen. Das wäre ja auch kacke. Deswegen ist das schon ganz gut, dass das auch immer mal anders gesehen und anders beurteilt wird. Aber ja, ich hoffe, du findest dann was anderes Schönes, vielleicht auch ein anderes Game, was dir ja dann sogar zeigt, warum WoW so lange so geil war. Und manchmal braucht man auch das. Wir hatten das ja in der Flautenphase so schön besprochen. Und da haben einige auch gesagt, ja, ich gucke mir momentan andere MMOs an, und ich habe mir jetzt Terra angeguckt und TESO und Rift und Final Fantasy und Aion und was nicht alles. Und dann haben die einen eben gesagt, ja, also, das war für mich ganz geil, weil ich habe mein neues Lieblings-MMO gefunden und die anderen haben eben gesagt, das war für mich auch ganz geil, weil ich fand die anderen Spieler alle kacke und wusste wieder, warum ich WoW so gern mag. Also, das kann nur Win-Win sein am Ende des Tages. Man muss nur diesen Schritt gehen, den du jetzt ja gerade gemacht hast, und sagen, okay, und das tut weh auch ein bisschen, oder? Nach so vielen Jahren, wenn man dabei war oder einfach sehr lang, sehr viel Spaß hatte, muss ja nicht immer in Jahren gemessen werden, wenn man dann sagt, okay, ich logge mich jetzt aus und werde morgen nicht wieder online sein und mal was Neues ausprobieren. Also, was so einfach klingt, ist für viele alteingesessene Spieler natürlich auch ein Schritt, der jetzt alles andere als einfach ist. Und wer weiß, selbst wenn man das so sagt, ist man nach spätestens einer Woche vielleicht wieder da und ärgert sich über sich selber, aber, tja, dafür muss man diesen Schritt immer erstmal wagen und dann kann man auch sehen, wo der Weg hingeht. Klingt schon fast zu weise und philosophisch, das soll es eigentlich gar nicht sein. Freunde, wir haben, wir haben, wir haben eben was Schönes gedroppt bekommen. Ja, ich habe diese Schultern hier vom Monk, haben wir einen Monk dabei? Ne, ne, wenn ich wieder schicke Schultern für einen Monk bekomme, ist kein Monk dabei. Ja, GG, sind es überhaupt die Schultern? Ne, das sind die Hände. Ach, ja, die haben in den Händen ja auch diese Kugel. Ich habe nur diese Leuchtekugel gesehen, dachte, das sind die Schultern, das sind die Handschuhe. Oh boy, aber sei es drum. Sei es drum, wird ja keiner haben wollen. Traurig. Chat, Kraft, warum ist die Gildenbank denn so leer von Gold? Kraft, zeigt auf den Bildschirm, ja. Deswegen, look at me, da ist das Gold hin. Mone, Hallöchen. Grüße, Grüße, Taraxul, hi. Mein PC rebooted auch random, glaub es meine Graka, Netzteil habe ich ersetzt, war es nicht. Die Graka, ja, es kann immer sehr vieles sein. Klang-Terror schreibt, Grafikkarte updaten hatte ich auch. Da gab es wieder einige Updates jetzt, ne, mal Verlöchen, von Windows und von der Graka und Nvidia-Gelöte und was nicht alles, ne. Wenn man da mal was verpasst, ja, irgendwie abends mal weggeklickt und man macht so Häkchen raus bei in einer halben Stunde nochmal Fragen, ja, dann stehst du auch manchmal da, ne, und denkst dir, hm, woran liegt es jetzt? Weil man es dann einfach vergessen hat, ne. Weil man dann nicht mehr draufkommt, irgendwie, dass man das gestern weggeklickt hat und dann stehst du da. Alles klar, dann werde ich mich da heute Abend mal dransetzen und mich ans Tenken machen. Wenn ich Fragen zu habe, baller ich Bluteuter damit an. Da wirst du nur heute Abend vermutlich nicht so viele Antworten bekommen, weil, ja, Raid und so, ne, ansonsten, natürlich setze ich mich immer mit euch hin, stundenlang, am Feuer und wir unterhalten uns ganz gechillt. So nämlich. Ja, aber du erinnerst mich daran, dass ich zum einen einen Stoffgürtel habe, Freunde, wer den braucht, gerne abholen und zum anderen, dass ich ja für 9-1, wenn wir dann Normal und HC soweit drin und im Idealfall durch sind, dass ich dann auch meinen DK-Guide aus Good Old BFA mal updaten wollte. Die Basis ist immer noch brauchbar, also, wer Tipps von mir zum Todesritter haben möchte, weil ich seiner Meinung nach genügend Ahnung habe oder wie auch immer, der kann nach wie vor meinen Basisguide gerne anschauen aus BFA, weil sich an den Grundmechaniken und der Spielweise recht wenig geändert hat aber man sollte natürlich den Teil mit Arzerit und so weiter entsprechend ausblenden oder skippen, ja, aber generell war ich wirklich sehr zufrieden mit dem Guide, weil ich habe schön mit Einblendungen noch zu den Bossen und so gearbeitet, also, das fand ich gut, das war so ein Guide, mit dem war ich selber richtig zufrieden, deswegen empfehle ich den auch heute noch ganz gerne, ne, so nämlich. Ich muss hier und heute leider eine Beichte ablegen, oha, Zahamedo, warte, das will ich gleich in Ruhe lesen, da müssen wir eben die Muttis hier aus dem Leben kritten, Boom, junge Chaosblitz, die hat einfach den Chaosblitz überlebt, ich flipp aus, eine Beichte ablegen, ich wurde hart geinfluenzt, seitdem ich hier auf Twitch aktiv bin, dann dir habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, eine eigene Gilde zu gründen und dank einem Member von Method level ich jetzt einen Mönch, gut, dass du kein Placement mit Haribo hast, sonst kommt Peter Zweger zu mir, wer weiß, was es in Zukunft alles geben wird, aber ja, klingt doch cool, haben wir glaube ich in einem Anfall des Hasses deinerseits schon vor kurzem mal angerissen und besprochen mit der Gilde, und ich wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute für, weil der Anfang wird sehr zäh werden und der Anfang bei einem Gildenaufbau kann eine Woche sein, kann ein Jahr sein, kann, was weiß ich nicht, ein Vierteljahrhundert sein, wenn es scheiße läuft, deswegen drücke ich dir da die Daumen und wünsche dir vor allem Geduld. Bei Final Fantasy Spielen ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich kein MMO-Spieler bin, wie muss ich in Instanzen reingehen, nee, kein Bock auf andere Spieler, Hauptsache 16 Jahre WoW, ja geil, wobei es ja auch daran liegen kann, du kennst die Leute ja nicht, ne, das sind ja nicht die WoW-Spieler, das sind jetzt Final Fantasy-Spieler, ich kenne das Phänomen, das du beschreibst, wenn ich irgendwie einmal im Jahr Terra spiele, weil ich mal wieder einen Katzenmenschen spielen muss, dann denke ich mir auch so, ein Dungeon irgendwie, nee, oder wie verhält man sich da eigentlich, ja, in WoW kennt es natürlich auch nicht jeden, aber man bildet sich irgendwie so ganz strange ein, das sind ganz andere Menschen, ja, ein ganz anderer Schlag von Leuten ist das so und da habe ich auch sehr, sehr lang gebraucht, in Terra um ein Dungeon zu machen und dann hatten wir drei erfahrene Spieler mit dabei und die sind einfach durchgerusht ohne irgendwas und wir so hinterher und Loot eingesammelt, keine Ahnung, was da abging, aber ja, fühle ich so ein bisschen, muss ich sagen, fühle ich, fühle ich, wäre ich nicht eingeschlafen, wäre mein Monk jetzt da, vielleicht beim nächsten Mal, jetzt aber erstmal Tescherlach, Leute, oh damn, er macht nochmal eine Flammenphase, bin gespannt, ob wir das dann alles skippen können in der Shadowlands, einfach einmal Chaosblitz rein, Boom, Junge, Feierabend. By the way, PC ab und zu mal sauber machen von innen ist nicht zu unterschätzen, das stimmt, gerade bei Haustierchen oder längeren Haaren, was sich da so ansammelt, oh Junge, gerade wenn es jetzt nochmal wärmer wird, da kann man sich und dem Rechner selber einen großen Gefallen tun, das kann ich so unterschreiben und ihr wisst, wenn ihr schon länger zuschaut oder wenn ihr den Anfangstalk heute mitbekommen habt, ich bin selber sehr, sehr faul, deswegen spreche ich da aus Erfahrung, das sollte man ab und zu wirklich machen, bevor es zu spät ist. Der neue 10er Afix ist echt geil, schlundgebundene Mobs töten, Anima Power kassieren, sämtliche Klassen OP und wenn du die nicht tötest, bekommt der Endpost sämtliche Power der Anima Bonis. Ja, ich bin gespannt, wie wir das dann auch spielen werden, bin gespannt, hab auch schon einige Einsendungen bekommen zu der neuen Season von euch, wo ich dann schöne Commentaries draus basteln kann und freue mich auf verschiedene Taktiken. Ihr wisst, ich bin selber nicht so der M Plus Spieler, das ist mir auch alles zu stressig, wie es vorhin von Creeptroll so beschrieben wurde, irgendwie zu stressigarteten Arbeit aus. Wenn ich diese Gefühle haben will, dann gucke ich in den Briefkasten, wisst ihr wie ich meine und da gucke ich mir es lieber an, bei den Profis und bei denen, die es werden wollen, machen Commentary dazu, weil ich habe dann in der Regel so das theoretische Wissen, nicht alles natürlich, ja, ich werde ja oft auch in den Kommentaren ergänzt, aber das macht mir deutlich mehr Spaß, als das selber zu spielen, muss ich sagen. Der eine Kiso in der Woche für den Kistenloot, der ist okay und mit den Twings vielleicht mal ein Achter, Neuner, vielleicht auch nur ein Fünfer, bin ich voll dabei, aber so viel, da bin ich definitiv nicht am Start. Sehe ich das richtig, dass der Necrolord-Ruhestein mit der weiterführenden Kampagne deaktiviert wurde und jetzt am normalen Ruhestein gekoppelt ist, kann ich dir leider nicht sagen, weil das Ding habe ich nie besessen. Das habe ich aus genereller Anima-Knappheit, jetzt bei vielen Chars zum Glück der Vergangenheit angehört, tatsächlich nie gekauft. Fredales mit Tee, Fork in drei und 40 Monaten. Junge, vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Heute einen Anruf erhalten, ich muss darf ab dem 16.08. wieder arbeiten, kann dann zwar nur nachmittags daddeln, aber ich freue mich drauf, wieder arbeiten zu dürfen. Ja, ein bisschen, mal wieder was Neues, wobei eigentlich auch Altes, ein Stück weit Normalität vielleicht wieder. Das kann was sehr Erfrischendes sein, so seltsam wie das klingt sie war, oder? Wenn man so ein bisschen zurückspult das ein oder andere Jahr und dann so eine Aussage, ey, endlich wieder arbeiten, uuuh, uuuh, ganz komischen Beiklang hat das dann. Das letzte Windows-Update hat unsere Rechner auch kollektiv in die Reboot-Schleife geschickt. Wiederherstellung und Update ablehnen half, musste für vier PCs zum Glück Männer machen, nur er war zu Haus. Oh schön, ja dann hat man auch zu tun den Tag über, ne? Ach man, aber wenn das dann noch mal gut gegangen ist, dann hatte man ja auch wieder ein bisschen Glück im Unglück, was das angeht, ne? So, Leute, es gab, es gab, es gab leider weder Tescherlach noch eine Sense. Das ist sehr schade, der Bonus-Loot hatte nicht so Bock auf uns heute, aber möglicherweise gibt es ja, gibt es ja noch einen Mount, nö, auch nicht, ne? Gar kein Bock. Wann gibt's denn mal wieder eine Märchenstunde? Ja, einmal im Monat immer, also mal gucken. Also das ist der Plan. Kann sein, dass wir da immer mal was schieben müssen oder das Ganze zugunsten von anderen Inhalten verschoben werden muss. Hat jetzt keine übertriebene Priorität, aber ich denke schon, dass wir diesen Monat auch noch eine schöne Lesestunde hinkriegen. Der neue Season-Afix ist am Ende doch weniger spannend als gedacht. Es stehen in jedem Raum die gleichen Anime-Powers zur Auswahl, sodass man nach etwas rumprobieren eh immer die gleiche Kombi auswählt. Ja gut, das ist ein bisschen schade, aber hätten wir uns eigentlich denken können, ne? Weil sonst hätte man ja gerade, wenn's dann zu den Turnieren geht, ne? Ja, mal so'n Run, der ist dann total easy und OP und mal ein Run wie in Torgas. Ja, da hast du dann drei Prozent mehr Vielseitigkeit und der andere hat dann Todesgriff, one-hitted alle oder so. Das wär natürlich auch Kacke gewesen. Aber ja, schade, ne? Wegen diesem ganzen, ganzen Competitive-Gedanken über all 24-7, der die Community durchseucht, gibt es natürlich viele positive Folgen, aber eben auch so'n paar Sachen, wo man Abzüge machen muss, ja? Ich habe ja auch lange den Blutika gespielt, aber ich muss mal sagen, dass er einfach zu langsam ist. Spiele mittlerweile DH-Tank, bin super zufrieden, egal ob M-Plus oder Raid. Ja, das ist aber auch ein fieser Vergleich, Chaos, oder? Der passt zwar besser zu deinem Namen, aber der DH, der ist ja auch nochmal anders schnell. Aber kann ich voll verstehen. Ja, Phinos, mach's gut. Viel Spaß, viel Spaß. Haven, hi. Danke, wird schon werden, bin der R auf der entspannten Schiene, daher auch Abendschule und so weiter. Ja, für die Gilde ist das auch eine gute Sache, der R die entspannte Schiene zu nehmen. Ich denke, das kann nur gesund sein, für das Wachstum der Gilde, aber auch für dich selber, ja, wenn man sich da die ganze Zeit selbst stresst, das ist ja auch nicht schön. Freunde, wir kommen gleich zum T-Mock, ich habe euch nicht vergessen, ich würde nur gern noch ein, zwei Beiträge eben lesen, denn, dann ist das unfassbare Geschehen, ich bin wieder im aktuellen Chat angekommen, Freunde, ich grüße euch, Hallöchen, schön, dass ihr da seid, da habe ich mich wieder so ein bisschen versabbelt, ne, ich laufe schon wieder viel zu wenig im Plus, bei zwei Mainheilern, als dreckiger Casual, ist das aber auch irgendwie doof, vor allem, wenn man keine Randoms mag, weil man so antisozial ist, dass man als Heiler nicht von irgendwelchen Unbekannten beleidigt werden will, ja, das ist natürlich immer ein Problem, ne, wenn man dann den Luxus hat, eine feste Gruppe zu haben, ist das hoffentlich nicht das Problem, aber sich da dann immer einmal ranzutrauen, ne, oh, 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 kann gefährlich enden, gerade wenn die ersten Eindrücke dann sehr negativ sind, ja, es kann einen dauerhaft beeinflussen, leider, Danny, Hallöchen, hat aber auch schon einen in FF, der meinte, ich soll mal Go, Go, Go machen, an sich kein Stress, weil die Innis dumm, langweilig und easy sind, also FF, Final Fantasy, ne, problematisch wird's, wenn man keinen Plan hat, wo man langlaufen soll, ja, dann rennst du zwar schnell, aber irgendwie wieder raus aus dem Dungeon, ne, und dann ist ja auch keinem geholfen, belastende Sache, sehr belastend, okay, schauen wir mal, was die Kollegen ja so gebastelt haben, wir fangen an, mit Ceraxis, in einem schönen klassischen Demon Hand, das hätte ich mag die gebundenen Hörner sehr, dazu Full Legion, ja, komplett Legion, die roten, die goldenen Teile, offene Brust, grüne Tätowierungen, wunderbare Sache, und zwei wunderbare Gleven, der Standard Skin in der grünen Färbung vom Tank Artefakt aus Legion, ebenfalls, also ein volles, wunderbares, ich muss meinen Wichtel mal wegpacken, Yoga, der springt hier immer ins Bild, Frechert, ein volles, wunderbares, die H-Set, ja, wie es im Buch steht, und die Legion, die Chaos Energie, die ist auf jeden Fall stark in diesem Kollegen. Wir haben Huriki am Start, mit, oh Bruder, ja, mach das doch nicht noch größer, hör mal, ich glaub's ja wohl, da nehmen wir aber Abstand, Huriki, Mensch, mit Maske, sehr vorbildlich, sehr cool ist das Gimmick bei diesen Kopfteilen, dass hier wirklich so eine Rune projiziert wird, wie wir es von den Drehnaik kennen, nur nur in dem Fall, da es Legion, beziehungsweise VOD-Teile sind, die das glaube ich mitbringen, ist es eben nicht vom Licht, sondern wieder von der Chaos Energie der Dämonen geprägt, in dem Fall ist es aber so hell, dass man auch denken könnte, es ist einfach generell Licht, ja, sehr passend auch zu den Augen, dann haben wir viel Grau, viel Blau, auch über den Wappenrock der Dunkelsperre, der jetzt weniger wegen der Lore, sondern vielmehr wegen dem Weiß und dem Türkis gewählt wurde, ja, dann zwei relativ simple Dolche, auch wieder so weißlich leuchtend, illusioniert, Schultern und Umhang eben jetzt aus 9-1, ja, Torgast, beziehungsweise Schlund-Event oder Rare Drops allgemein, und das gliedert sich wunderbar in diese blauen Töne, wie auch in die silbrig-grauen mit ein, ich finde das ist ein sehr, sehr cooles Set, welches wirklich mit diesem unscheinbaren und mit diesem Metallic-Look eben spielt und die Teile geben sich ja wirklich die Klinke in die Hand, ja, schöne Übergänge und zu allen Farben findet man irgendwo was Passendes, nice. Wir haben Midnight am Start, kannst du das hier mitnehmen wieder, das wäre sehr schön, da würden wir uns alle etwas wohler fühlen, Midnight als Vulpera, direkt mal mit einem fetten Kontrast, ja, knallroses Fell und dann auch hier diese dunklen, diese gräulichen, diese metallischen Teile und auch das ist natürlich viel von 9-1, die Schultern und auch der Umhang, ja, und dann diese Robe, ich meine aus WOD vom Frostfeuergrat und der Gürtel dann aus Dazar Alor mit diesen Totenschädeln, der natürlich nicht nur zu diesem grauen Ambiente passt, sondern natürlich auch zu diesen Essenzen oder eben zum generellen Design dieser Teile aus dem Schlund, sehr, sehr coole Nummer. Karades, Hallöchen, Grüße, gefällt mir, gerade mit dem roten Fell, finde ich stark. Wir haben Sandor mit Huhn, sehr, sehr gutes Haustier und Sandor, ey, hat sogar schon so eine neue Waffe hier aus dem Raid, cool, und die funktioniert natürlich auch super mit den neueren Teilen, ne, da sind wir wieder grau, Metallic und diese bläulich-türkisen Seelen-Essenzen, ja, das sind genau die Farben, auf die man da Bock hat, auch hier die Schultern, auch hier der passende Umhang und, was ich sehr cool finde, eine mega dunkle Basis, ja, da wurden Plattenteile genommen, die zum einen mit so ein bisschen Gold daherkommen, was natürlich super zum Pally oder besser gesagt hier auch den leuchtend elfischen Augen passt und drumherum dann so ein bisschen diese stehlerne Grau wieder abgedeckt und eben dieses Todesmotiv gefällt mir sehr, sehr gut, zumal es eben so viele Bezugspunkte hat, dass es nicht so aufgesetzt wirkt, ja, manchmal haben wir ja so ein Set und dann so Schultern, wo es aussieht, als hätte man da, wie wenn man früher als Kind so mit den Lego- und Playmobil-Figuren gespielt hat und dann beim Ritter mal irgendwie den Helm getauscht oder bei den Bionicle die Maske, ja, und dann hatte der schwarze Bionicle auf einmal die grüne Maske und der rote hatte die braune auf und hin und her, ja, und so sieht das dann manchmal auch aus, aber hier, finde ich, haben wir so viele Bezugspunkte, rein farblich und designtechnisch, dass es wirklich ein schönes Gesamtpaket ergibt und das kann sich sehen lassen, absolut. Metalbagger, Hallöchen! Wir haben Ezeas am Start, auch in einer wunderbaren Demon Hunter Rüstung, aber auch wenn das ebenfalls Goldrot ist, wie beim ersten Kollegen, haben wir hier viele Teile von der Traditionsrüstung der Sindurai, also von den Blutelfen und auch die funktioniert wunderbar mit dem ganzen Farbspektrum, was der Demon Hunter so mitbringen kann, denn zum einen haben wir da ja auch Elfisches dabei, das lässt sich gar nicht vermeiden, zum anderen haben wir hier das Rote, das Gelbe, also das Feurige, aber auch das Grüne, ja, denn auch dieses Teuflische ist ja mit den Traditionen der Blutelfen verbunden und das Ganze wurde dann ergänzt mit einigen Teilen eben auch wieder aus Legion, ja, ein bisschen stärker animiert, ein bisschen feuriger und dazu schöne Schwerter aus TBC, ebenfalls mit diesem grünen Flackern. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, zumal wir hier auch die Rote Mähne haben, die sich natürlich super mit diesen warmen Farben auch deckt, ja, und das kann sich definitiv sehen lassen. Wir haben außerdem Elethia mit Wolf, wait, das ist gar nicht da, na, ich wollte gerade sagen, wait, wie kann sie denn Wolf haben, das stimmt gar nicht, der war hier frecherweise schon im Bild, was ich hier schon mal sehr feiere, ist auch der Kontrast, ja, eine Nachtgeborene, die wir ja eigentlich kennengelernt haben als Widerstandskämpfer gegen das, was die Legion ihrem Volk, ihrer Welt angetan hat und sie hat sich gedacht, naja, aber um meinen Feind zu bekämpfen, muss ich ihn besser kennenlernen und hat sich dieser Verderbnis der Chaos-Energie hingegeben. Wir haben ganz viele verschiedene Teile aus M.O.P., aus Kata, aus Vodka, meine ich sogar, ja, aus Legion, also wirklich ganz viel zusammengemixt, was aber super funktioniert, wie ich finde, denn die Magie heißt ja Chaos, das heißt, da kann man ruhig ein bisschen was zusammenwürfeln, allein die Schultern hier oben, ja, das finde ich großartig, mit diesem Schlund-Element und dann hier drüben eben aus der Klassenhalle, wenn ich nicht irre, wirklich cool, ein bisschen Geleuchte im Gürtel, schön durcheinander strukturierte Hose, wie auch Brustrüstung und dann den grünen Skin, gru gru grün, man kennt ihn vom Schlund der Verdammten, unser Blut-DK-Artefakt aus Legion, also wirklich cool, sehr, sehr cooles Set, generell, aber mit diesem Story-Kontrast, nochmal eine Ecke cooler, feiere ich sehr. Wir haben außerdem, als vorletztes, wenn ich es richtig sehe, Ping-Pong mit Wolf und Wolf, na, das sind wenigstens mal Namen, die ich mir merken kann, und Ping-Pong als Vulpera trägt hier zu großen Teilen das Set der Nachtfell und hat als Waffe dazu einen recht simplen Bogen ergänzt, der aber auch mit diesem Holzelement daherkommt, ja, hier oben die Eckpunkte, gerade recht unsauber abgeschnitten, ja, nicht nochmal hochpoliert und so weiter, sondern wirklich passend zu diesem Holz, natürlich sehr braun, ein bisschen Silber mit drin, ja, und der Rest wird dann natürlich über diese blau leuchtenden Wurzel-Elemente ausgeglichen, wie hervorgehoben, natürlich ein Set, wo man immer gucken muss mit dem Helm, ja, klippt hier leider mit den Ohren sehr stark, ist bei sehr kleinen und sehr großen Rassen immer eine Problemzone der Helm, aber insgesamt farblich, thematisch natürlich etwas, das funktioniert. Tayan, Dankeschön für dein Sub-Geschenk, vielen Dank. Außerdem, zum Abschluss, Araven mit Kloa, oha, Kloa, was sagst du dazu? Wenn eine Nachtgeborene am Tag geboren wird, ist es dann eine Taggeborene, nee, das ist einfach eine Verräterin, die wird direkt ins Chaosfeuer geschmissen, wie bei Sparta, so boom, rein in die Grube. Araven, ein sehr cooles Set für eine Verlassene, sehr hordisch, dennoch angehaucht, ja, sehr passend auch zu Shadowlands, bisschen was von BFA, von den Kriegsfronten, bisschen was aus der Eiskronenzitadelle, wenn ich hier an die Schultern denke und insgesamt einfach eine sehr coole Kombi, ja, also es könnte ein NPC sein, der irgendwie im Sturmsanktal steht, bei so einem Übergriff oder sowas, weil das einfach wunderbar farblich, thematisch greift, mit der Horde, mit den Verlassenen und jetzt auch ganz neu mit Shadowlands. Cool. Schöne Sets, liebe Leute, Dankeschön für diesen wunderbaren Run. Ich würde sagen, wir machen erstmal kleines Päuschen mit Giveaway und dann machen wir noch was Kleineres. Ein zweiter Run wird, denke ich, eher knapp werden. Wir müssen ja pünktlich so 18,30, ich sag mal, Feierabend machen, dass ich noch ein bisschen von der Raid-Vorbereitung auch zehren kann. Deswegen gucken wir mal wegen Mischen oder sowas, dass wir uns da vielleicht noch was rausziehen. Ich habe eben aber, bevor wir zum Giveaway kommen, von Creeptroll noch einen Beitrag gesehen, zu dem Mplus gelöt, wo ist er denn da? Ich muss sagen, dass mich am meisten Mplus-Regel in meinem Raid stört und dass man jetzt 10,15er machen muss für möglichst beste Gierchancen, aber ohne feste Mplus-Gruppe und als Mplus-Hasser ist das mehr Qual als Spaß. Es liegt also nicht an WoW per se, sondern eher an diesem ganzen Competitive-Quatsch. Ach gucke, das deckt sich ja dann auch mit dem, was ich eben gesagt habe. Und was ich auch teilweise, was heißt teilweise, immer als, ja, ich sag mal problematisch, wie gleichermaßen auch gut empfinde, ja, so, die Seite hat immer zwei Medaillen, aber da ich generell jetzt persönlich, ja, nichts mit Competitive-Gelöt anfangen kann, bin ich da auch subjektiverweise auf der negativen Ebene, versuche aber auch immer die positiven Seiten zu sehen. Da ist Casual doch eher momentan der richtige Weg, ja, und das sind Entscheidungen, die eben jeder für sich treffen muss, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass vielen Leuten die Informationen als Basis einfach fehlen, um solche Entscheidungen zu treffen, nach einer kleinen Selbstreflexion, ja. Viele werden ja in WoW reingestoßen und haben dann gefühlt, nur das auch serviert bekommen, ja, mit du musst, du musst, du musst, du musst den besten Pakt und du musst die Schatzkammer komplett füllen jede Woche, ja, und du musst jetzt da raiden und du musst im PvP das und jenes machen und, nee, du musst den Scheiß, du musst den Scheiß, ja, so, und da sollte sich vielleicht mal wieder ein bisschen drauf besonnen werden und ich sehe das generell bei allen Games, ja, ich habe ja jetzt mit Pokémon angefangen, so, und Pokémon gibt es natürlich auch, Ranked und Competitive und Werte und Züchten und so, ja, und habe da ja den ersten Stream auf YouTube hochgeladen und gar nicht böse gemeint, ja, soll natürlich jeder machen, wie er will und nicht jeder, der Competitive spielt, ist mein Feind oder so, um Gottes Willen, nein, aber die ersten Kommentare zu, zu Pokémon waren, ja, also ich spiele ja Competitive, so Ranked eben, ne, und wenn ich das sehe bei dir, oh, da kriege ich Kopfschmerzen, wo ich denke, Bruder, was für Kopfschmerzen, ich habe gerade mit Nidoking einen Quapo getötet, das ist doch mega geil, so, und ich finde das schwierig, wie durch Seuch das wirklich ist mittlerweile, wie durch Wachsen, da fangen Spieler an und wollen einfach fucking Arzeroth entdecken, wollen ohne es zu wissen, jetzt erstmal sieben Stunden durch diese bekackte Fuhrbeughöhle auf Teldrassil sterben, so, und dann kommst du rein und googlest oder gehst in irgendeinen Stream und was wird gesagt, ja, hier ist deine Bestenliste, das musst du spielen, sonst wirst du keinen Spaß haben, ja, das ist doch totaler Schwachsinn, also wenn der irgendwann, wenn er WoW kennengelernt hat, für sich selber rausgefunden hat, okay, ich will in diesen Ranglisten spielen, ich will ganz oben spielen oder einfach, ich hab Spaß daran, irgendwie auf Min-Maxing, ja, und zu gucken, wie kann ich mit welchem Item, wenn ich 50 mal denselben Dungeon laufe, in der Theorie, wenn alles perfekt läuft, mit der theoretisch besten Klasse, den geilsten DPS erzielen, okay, ey, bin ich der Letzte, der was gegen sagt, aber von Anfang an, das neuen Spiel an vorzuleben oder generell von der Community zu erwarten, wir haben ja mittlerweile Leute in Normal-Dungeons, die versuchen, Mitspieler rauszuvoten, weil sie beim Leveln nicht den Pakt wählen, den sie für einen Normal-Dungeon brauchen, Bruder, Normal-Dungeon, tänke ich dir nackt, was laberst du? Und das ist schwierig, deswegen meinte ich, das ist so ein zweischneidiges Schwert, zum einen ist es geil, diese Transparenz, und es ist mega cool, wie große, Gilden auch Transparenz streamen, Guides schreiben, oder was auch immer, ja, und wir haben viele Formate, wie MDI und Co., wo man sich das angucken kann, ja, aber problematisch wird es, wenn man da nicht mehr differenzieren kann, wenn man nicht versteht, dass das Spieler sind, die auf einem ganz anderen Niveau spielen, und wenn du da hinkommen willst, ey, das ist vorbildlich, und wenn du Spaß daran hast, jo, ich unterstütze dich sogar dabei, aber setze es nicht von jedem anderen irgendwie voraus, dass er so spielt, was ist das denn? Dann, dann finde ich es super problematisch, ja, und das ist genau diese ganz große Negativseite, und die ist häufig schwer aufzuwiegen, mit all dem Positiven, was man eben daraus ziehen kann, denn mittlerweile sehen Leute irgendeine Statistik, so, und gucken gefühlt nur, was steht oben, ah, das muss ich spielen, um mitgenommen zu werden, ja, aber wenn du dann nicht mal verstehst, was du machst, dann wird dich der, der ganz unten zieht, einmal aber durch den Kakao mitnehmen, weißt du, dann wirst du da durchgezogen, der fährt mit dir Schlitten, ja, aber du bist der Schlitten, weißt du, das stand wieder nicht im Kleingedruckten, und das sind große Probleme, die ich auch sehe, und ich weiß nicht, wie man, wie man das irgendwie verbessern kann, diese Situation, und ich denke auch, das Problem ist nicht immer die Sache an sich, sondern das Ausmaß, das, was die Community wirklich draus macht, als Ganzes, und ich denke, die einzige Möglichkeit, das ein bisschen aufzulockern, ist immer wieder drüber zu reden, ja, wenn bei uns irgendwer in den Stream kommt, und der fragt nach dem besten Pakt, oder wie auch immer, dann kriegt er am Ende auch die Antwort, was theoretisch sein bester Pakt ist, ja, in dieser Theorie, so, aber ich werde erstmal sagen, Bruder, du musst dich vor allem fragen, ist das wichtig für dich, und willst du dich jetzt dem beugen, ja, vielleicht hast du Bock auf die Venture, dann sind die für dich theoretisch am schlechtesten, ja, aber du hast die geilsten Vampirkumpels, und kriegst ein schickes Mount, und was auch immer, ja, und das wird häufig total unter den Teppich gekehrt, und ich denke schon, dass sie auch die Gaming-Szene ein bisschen entwickelt hat, in diese Competitive-Richtung, ich denke aber auch, dass wir gleichermaßen ganz viele Leute haben, die eben keinen Bock drauf haben, ja, und die hört man häufig nicht in diesen Debatten, weil die campen gerade das tausendste Mount, und so haben Spaß, und halten die Fresse, aber ich denke, die müssen auch häufiger mal sagen, ey, das ist voll in Ordnung, dass du jetzt nicht den besten Pakt hast, ja, dann bist du nicht raus aus der Community, und du kannst dich auch noch dröpzig mal umentscheiden, wenn du Bock hast, und nicht jeder zieht mit an diesem Strang, so, dieser Strang, stellt euch vor, es ist ein Sein, und da sind wir wieder, Daniras, Hallöchen, 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 also ich überfliege während meines Monologs, ein bisschen was ihr schreibt, und ich denke, das deckt sich in der Regel mit dem, was ich auch gerade geäußert habe, ne, das ist, das ist problematisch, ja, aber, das kann man auch nicht mit dem Fingerschnippen irgendwie anders machen, das Blöde daran ist immer, dass auch viele andere Spieler dich nicht mitnehmen, oder sagen, du spielst falsch, weil du nicht den BIS Covenant oder Speckerst, es ist sehr toxisch geworden in der Community, obwohl selbst die World Firsts gehen und sagen, Leute, wenn ihr nicht Top 100 Worlds stockt, müsst ihr das nicht machen, das vergessen 90% der Leute, genau, ich hatte ja anfangs ein bisschen Schiss, dass die großen Streamer, jetzt ein Sko oder so von den Top Gilden auch dann sagen, ja, hier ist die Top Liste und so am Arsch, am Arsch, Limit, Echo und Co., die machen sich noch drüber lustig, so, Am Anfang von Shadowlands hat Echo eine Top Liste gepostet, da waren die Plätze so auf die Wörter aufgeteilt, und die Wörter da waren dann insgesamt so eine Botschaft wie Spiel, was dir Spaß macht, ja, Ian, das Gesicht der WoW-Entwickler in Interviews und Co. hat gesagt, für 9, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Entwickler von dem Spiel sagt, für 99% der Spieler ist es egal, welche Rasse, Klasse, Fraktion, Speck, Pakt oder was auch immer, das sagt der Entwickler, Junge, und die Leute so, nee, 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 sehe ich anders, ist ja unspielbar sonst, unspielbar, wenn du wirklich WoW spielst, dann weißt du, dass es sowas wie unspielbar gar nicht geben kann, ja, dass es das nicht gibt und auch nie gab, es sei denn, irgendwas ist so verbuggt, dass es generell nicht funktioniert, ne, der Leader von Limit, die, die wirklich was zu melden haben in dem Bereich, sagt, ey, liebe Streamer, folgendes wird passieren, irgendwelche Casuals werden eure Streams stürmen zu neuen Patches und händeringend nach besten Listen suchen, aber die vergessen, dass sie die gar nicht brauchen, die sagen, wenn der Moment, der Moment, wo du jemanden fragen musst, was der beste Pakt ist, das ist der Moment, wo du weißt, dass es für deinen Spiels sie egal ist, das sagen die Top-Killen, wird nicht drauf gehört, weil in meinem Discord der eine Typ sagt was anderes, und es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, deswegen kann man da immer nur Transparenz mit Transparenz irgendwie kontern, ja, und versuchen das Ganze ein bisschen aufzudröseln, ein bisschen aufzuklären, und es ist nicht einfacher geworden, aber anders wird sich, denke ich, diese große Masse auch nicht bewegen, ne, wie es so ist, Danny sagt, ich scheiße auf alles, was andere sagen, ich spiele seit 2009, was ich will, und was will mir irgendein Pillemann erzählen, denn Hauptsache macht mir Spaß, so ist es, ne, und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt herkommen könnte, und sowas sagt, wie, naja, Danny spielt jetzt irgendwie den Pakt, der nicht der Beste ist, und versaut uns sofort den Dungeon, so ein Schwachsinn, das ist ja auch nicht der Fall, ne, manchmal denke ich mir, wenn ich sowas lese, du Hurensohn, geh aus dem Dungeon raus, du versaust uns den Key nicht mehr angefangen, ja, und wenn du dann mit deiner Paktfähigkeit trotzdem einen super Job machst, und dir dann vielleicht in der Theorie 0,2% theoretischer DPS fehlen, ja, das macht den Dungeon dann unschaffbar, oder was, Bruder, also, da müssen wir uns aber nochmal über Grundlagen, nicht der Mathematik, und nicht des Spiels, sondern des menschlichen Miteinanders unterhalten, also das ist ja, es ist ja teilweise einfach nur skurril, es ist ein skurriles Ausmaß, ja, und das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich das beurteile und sehe, und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Giveaway, auf Nacken dieser wunderbaren Austauschgeschichten, die wir gerade geteilt haben, die haben wir nicht nur ausgetauscht, die haben wir gleichermaßen geteilt, und schon sind wir wieder im Matheunterricht, und, tja, das ist ein Thema, mit dem wir uns arrangieren müssen, heute wie morgen, wie auch höchstwahrscheinlich übermorgen noch, dann können wir mal gucken, wie es aussieht, jetzt erstmal Giveaway, Freunde, ihr könnt gerne, gerne alle mitmachen, fühlt euch frei, denn, und das einzige, was ihr haben müsst, ist ein aktiver WoW-Account, woher die Hallöchen, denn, ihr müsst euch das Mount, auf dem Server, die Aldor abholen, Tipp von mir, wenn ihr dann gewonnen habt, ihr geht auf die Aldor, und wenn ihr da keinen Char habt, dann macht ihr es wie ich, ihr stellt einen neuen, und wählt unten rechts, die Klassenprobe, setzt da ein Häkchen, dann bekommt ihr einen zeitlich befristeten, Level 48er Char, lockt euch ein, benutzt den Ruhestein, steht in Sturmwind, könnt euch das Mount abholen, gleich lernen, und dann könnt ihr den Char wieder löschen, das ist der große Vorteil, von diesen Testchars quasi, und, es geht heute, um einen wunderbaren Himmelskolem, gesponsert von Danassos, vielen, vielen Dank, und das tolle an diesem Mount ist, es kann laufen, es kann schwimmen, es kann fliegen, und, wenn ihr zum Beispiel Kräuter sammelt, dann könnt ihr im Mount sitzen bleiben, also sehr, sehr geil, auch zum Farmen, ich weiß, die Druiden werden wieder lachen, aber, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man auch einen Mount kämmt, oder so, und dann kann man nebenbei, immer so ein bisschen Kräuter mitnehmen, ohne jetzt groß abmounten zu müssen, und selbst wenn man dann infallt ist, kann man schnell wieder hinreiten, und das ist natürlich eine super Sache, ich habe jetzt angefangen, meinen SV Hunter mit Kyriana Pack zu leveln, Alter ist das geil, als Gnomen Hunter, ich meine das ernst, total durchzudrehen in Innies, sehr gut, die Druiden alle raus, die sind alle weg, Happy Fix, Atheros, Hallöchen, so, liebe Leute, ich habe jetzt nicht alles, vorgelesen, ich habe es wie gesagt, ein bisschen überflogen, und empfand, dass sich das alles mit dem gedeckt hat, was ich auch sagte, eure Erfahrungen, wir machen jetzt erstmal Giveaway, wenn ihr noch einen Beitrag hattet, wo ihr das Gefühl habt, der ist nochmal anders, ja, der ist gerade untergegangen, dann können wir gleich in der nächsten Runde, nach dem Päuschen von ca. 3-4 Minuten, gerne nochmal drüber quatschen, jetzt aber erstmal die Info zum Giveaway, denn, ihr könnt alle mitmachen, und unser Streamlabs-Bot, und niemand sonst, der wird das Giveaway starten, und zwar, indem er im Chat Bescheid sagt, dass jetzt das Giveaway gestartet ist, wer hätte damit rechnen können, Grüße, Grüße, Junge, hier flattert aber einiges auch rum, ich dachte auf die Aldor, ist gar nicht so viel los, nicht aktiv, ey, Malvert hat gleich ein Auge drauf, super, dann können wir uns das natürlich einmal ansehen, ich freue mich, Leute, ich habe heute was sehr Traumatisches gesehen, muss ich sagen, ich habe heute in so einer Stadt, Kreis, Zeitung, wie auch immer, keine Ahnung, ob es das bei euch gibt, so das Dorfblatt, da war eine Umfrage dazu, wie viele Meter in Ordnung wären, nee, wait, nicht Meter, war ich erst verwirrt, wie viele Minuten, es quasi für dich okay wäre, die du von deiner Haustür zum Auto laufen musst, das war so eine Umfrage in der Stadt, ich schätze mal, die wollen neue Parkplätze machen, und da meinte die Mehrheit, für sie ist es okay, von der Haustür zum Auto, zehn Minuten zu laufen, jo, was, ey, zehn Sekunden gehe ich mit, aber für wen ist es denn okay, wenn du kurz mal allein einkaufst, dann auch schleppen und so weiter, vom Parkplatz zur Haustür, zehn Minuten ist okay, was, da dachte ich, ich habe das gelesen und dachte, wah, das haben doch alle falsch verstanden, alle dachten, es geht um Sekunden, oder, Shorty kommt mit Shorty Mount, das ist super, dann gucke ich mal, so, jawollo, was sind das für Leute, oder, für alle, die in einer Großstadt wurden, ja, okay, aber, ich bin so ostdeutsche Kleinstadt, ne, zehn Minuten, und es geht ja nicht darum, was du auch gerade hast, sondern was für dich okay ist, da ist ja so eine Umfrage, dann auch die Chance, das zu verbessern, wer sagt denn dann, ey, zehn Minuten, laufe ich nicht mal am ganzen Tag, wenn ich zocke, so, von der Toilette und zurück, das fand ich krass, ich meine gut, man kann jetzt sagen, okay, man kann ja mit dem Auto vielleicht trotzdem kurz anhalten, vor der Tür, und dann mal irgendwas aus dem Baumarkt, oder die Einkäufe rausladen, hochtragen, wegfahren, aber, Leute, zehn Minuten, na, und du läufst ja dann nicht hin und schläfst im Auto, sondern musst auch nochmal zurück, also, 20 Minuten Laufweg für eine Autofahrt, ne, also, wenn jetzt hier wer dabei ist, der sagt, okay, ich mag das so, ist in Ordnung, aber, ne, definitiv ohne mich, so, bei uns gibt es auch kaum Parkplätze, aber, dann muss man halt vom Haus kurz halten und abladen, und dann einen Parkplatz suchen, ja, aber auch dann hast du keinen mit zehn Minuten Laufweg, oder, das ist ja eher Spaziergang, echt, kannst du mit dem Hund raus, und so weiter, also, verrückt, wohn mal in einer Großstadt, da bist du abends froh, wenn du drei Straßen weiter einen Parkplatz findest, wenn du mal einen in derselben Straße findest, wird das Auto nur noch im äußersten Notfall bewegt, das kann ich auch voll verstehen, aber, ist eben keine Großstadt, ne, und es ging auch um, wie gesagt, was man haben will, was für einen selber dann in Ordnung ist, ne, und selbst wenn ich dann in einer Großstadt wohne, dann sage ich doch bei so einer Umfrage von der Stadt, ey, äh, zwei Minuten höchste der Gefühle, oder so, ne, weil, wenn die jetzt lesen, naja, zehn Minuten finden die in Ordnung, ja, dann können wir auch 30 machen, ne, dann ist das nicht so schlimm für die, so, Shorty ist schon in Sturmwind, ist unterwegs, wunderbar, dann können wir gleich das Mount einmal rüber geben, oh boy, wenn ich daran denke, mit dem Rollstuhl jedes Mal zehn Minuten zum Autofahren, und dann ist irgendwie noch Panne, weißt du, in der Mittagssonne, dann stehst du da, so, oh, Junge, die Leute, die bei dieser Umfrage zehn Minuten angekreuzt haben, haben nie einen Familieneinkauf geschleppt mit Getränken, oh, ja, schön die Bierkästen fürs Wochenende, ne, Grillerchen mit den Jungens, und dann, wild, da wird man schön braun, wobei, du bist ja schon braun, weil aus dem Osten, Lull, ja, der ostdeutsche Parkplatzweg, man kennt ihn, er will ja nur sagen, mit dem Goblinmech, ähnelt mir das so einer Geschichte, wo ein Sofa involviert ist, oh, Junge, ja, da muss man immer aufpassen, mit den Möbeln und den Bots, gefährlich, ganz, ganz gefährlich, Scarface, Hallöchen, Grüße, die sind alle schon so gebrochen, dass sie froh sind, wenn sie überhaupt einen sicheren Parkplatz haben, ja, das kann auch sein, da kommt er, Shorty, da ist er, wunderbar, mein Lieber, dann, dickes Gitz fertig an dich, ganz viel Spaß mit deinem neuen Mount, und natürlich, Dankeschön, für das herrliche Sponsoring, ein neuer Besitzer wurde gefunden, ich habe eine Tiefgarage unterm Haus, also laufig 10 Sekunden, ja, da sehe ich mich auch, da sehe ich mich auch, absolut, aber, ja, ich sage mal, andersrum, Freunde, wir müssen, wir müssen vielleicht andersrum an das Thema auch rangehen, ne, weil, pass auf, wir machen das mal anders, hat, irgendwer von euch, schon mal an einer Umfrage, von einer städtischen Zeitung teilgenommen, das, das wäre vielleicht der nächste Punkt, weil, wenn ich drüber nachdenke, wer in meinem Umfeld an dieser Umfrage teilnimmt, dann sind das generell nur Leute, die gar kein Auto mehr haben, und denen das scheißegal ist, nämlich, meine Oma, nämlich, meine Opa, meine, meine Opa, genau, meine Oma und mein Opa, so, ja, habe ich, und Meiti halt, okay, Meiti und meine Großeltern, und, vielleicht, ist die Antwort dann nachvollziehbar, was ist eine Zeitung, wenn man guckt, welches Klientel quasi, dieser Umfrage zugrunde liegt, ne, und vielleicht, ist das dann ein bisschen, ein bisschen sinniger, vielleicht wollte mich meine Oma, einfach hops nehmen, hat sich gedacht, ah, die Jungen, die können wieder laufen, ne, die sollen flitzen, die Schweine hier, mit ihren Skateboards, auf dem Gehweg und so, gut, das würde meine Oma auch nicht sagen, aber, vielleicht liegt da, der Autohase, im Parkplatz Pfeffer, nope, und ich arbeite in einer Industriefirma, die bestimmt ein gutes Ziel für die ist, das könnte sein, teilgenommen, nee, ich lese keine Zeitung, und Nachrichten, weil ich eh nur Scheiße drin sehe, ja, wisst ihr, warum ich diese Zeitung lese, das ist, wie gesagt, so eine Stadtzeitung, ja, oder so eine Kreiszeitung, wie auch immer, die ist immer mal gratis im Briefkasten, und ich gucke da immer rein, weil der Vater meines besten Freundes da häufig drin ist, und, dann hoffe ich immer, dass er auch auf so einem Foto mal zu sehen ist, so ganz im Blöd oder sowas, ne, weil der Bekleidete, verhältnismäßig, hohes politisches Amt, und, dann freue ich mich immer sehr, und schicke ihm das natürlich nicht, und ziehe ihn so ein bisschen damit auf, nee, nee, das ist, äh, ganz, ganz anders, ja, und darum lese ich das immer, und dann sehe ich sowas, dann sehe ich sowas, ich werde es nachher auch nochmal auf Twitter teilen, ich werde die Mikrowelle teilen, und diese Umfrage, wenn ich die Zeitung nicht schon weggeworfen habe, darf ich gar nicht versprechen, da war ich 18, kam aus dem Casino, und wurde gefragt, wieso ich zu Schulzeiten im Casino hocke, oh, ja, ups war deine Antwort, oder? Hoppla, oder du hast dir dann schnell so einen Kamm genommen, woher auch immer, hast du ihn so vor deinen Mund gehalten, und hast dann so getan, als wärst du erwachsen, mit so einem Schnauzbart, ne, dann hast du dann gesagt, oh, du bist ein harter Arbeiter, muss man auch mal abschalten, ne, das ist natürlich auch eine Option, gut, Leute, wir wollen noch eine Runde mischen, ich werde gleich eine Gruppe aufmachen, wer Mischen gar nicht kennt, ist ein Open World Event, wo wir uns ein bisschen koordinieren müssen, dann beschwören wir verschiedene Rare Mobs, die können Mounds droppen, die können seltenes T-Mog droppen, Haustiere, Anima, Hurra, und wer mitmachen möchte, kann das gerne tun, ihr braucht einen Hordler, und ihr müsst den Kriegsmodus ausmachen, und dann mache ich gleich, wenn ich gelandet bin, ein Grüppchen auf, ne, ich sage dann immer, uff, also um ehrlich zu sein, fährt in zwei Minuten meine Bahn, tschüss, ja, als Kinder wurden wir immer interviewt, wenn wir irgendwie so Aktionstage in der Grundschule hatten, oder auch so bei den unteren Klassenstufen auf dem Gymnasium, so irgendwie Welt-Aids-Tag, irgendwelche Events, oder so Lungentests hatten wir, wir hatten manchmal so einen großen Bus, so einen umgebauten Camper, wo wir Mess gekocht haben, ne, von irgendwelchen Lungenkliniken oder so, wo man dann sein Lungenvolumen testen konnte, dies, das, und da waren dann häufig Zeitungen, und dann haben wir irgendwas gefragt, da hat man dann sowas gesagt, wie, ja, der Tag war voll toll, weil wir hatten keinen Unterricht, so allgemein diese Schulberichte, die man dann immer geschrieben hat, ne, von wegen, gut gelaunt trafen wir uns bei gutem Wetter um 7 Uhr an der Aral-Tankstelle, so solche Sachen halt, ne, und für die Schülerzeitung und irgendwelche Kreisblätter, ja, sowas, aber ansonsten, gut, ich gehe auch nicht raus, ich bin sowieso das schlechteste Beispiel dafür, du hast erneut Post, oha, wenn du es schon hast, kannst du es ja Schei geben, ich werde diesmal versuchen, sofort dran zu denken, rein zu gucken, ich werde es versuchen, früher musste ich 20 Kilometer barfuß zur Schule laufen, auch bei minus 30 Grad, Junge und Streichhölzer verkaufen, ne, das volle Programm, nur 20 Kilometer, ich musste über den Atlantik schwimmen, jeden Tag, zweimal, der Standardweg zur Uni, ne, die armen Studenten wieder, Freunde, ich nehme jede Umfrage mit, aber meine Antworten sind dann so bescheuert, dass die sowieso nicht mitgezählt werden, ja, ich sag mal, man kann das auch systematisch machen, dann gibt es ja vielleicht immer mal noch einen Kugelschreiber, oder eine schöne Tasche, schön Jutebeutel oder so, mit dem Firmenlogo, da habe ich auch, tausend Sachen irgendwo rumliegen, dann Juma, hi, als ich mich als Jugendlicher an Tankstellen getroffen habe, um 7 Uhr, da war das meistens sonntags, morgens, und die gute Laune kam vom Saufen vorher, ich hoffe, das stand aber nicht in deinem Reisebericht der dritten Klasse drin, Gnolde, meine Schwiegermutter, 74, schickt mir immer über WhatsApp Fotos, aus der Lokalzeitung unserer Heimatstadt, ach schön, wenn wieder Partyberichte drin stehen, und meine Freunde auf den Fotos sind, oder, wenn die irgendwelche Preise gewonnen haben beim Sport, ja, streu Salz in die Wunde, Mutti, ich habe ja gar kein Heim, weh, oh Mann, das ist ja, auch zweischneidiges Schwert, da sind wir wieder, für den einen ist es der M+, für den anderen sind es die saufenden Freunde, ja, also, in so einem Dorf bin ich dann ja doch nicht groß geworden, dass ich jetzt wirklich von einer Dorfzeitung sprechen kann, wo dann immer so auch die Bilder sind, wo man nach dem Frühschoppen dann schön auf den Tischen tanzt, irgendwie zu Wolle Petri oder so, das war dann, dann eine Stadt weiter, ein Dorf weiter, ja, schützenfest, dies, das waren dann nochmal andere Dimensionen auch dieser Zeitungen, wo dann der besoffene Onkel mal ein Foto eingeschickt hat, man hat nichts erkannt, aber man wusste trotzdem, wer drauf ist, wisst ihr, was ich meine, und, ja, das war Ausnahme, so, das war Ausnahme. Meine Großeltern, immer wenn sie von ihrem Schulweg erzählen, ich musste im Handstand rückwärts den Mount Everest erklimmen, oh ja, es gab nur eine Brücke, und die war von den Alligatoren vereinnahmt worden, und da musste man dann Wegzoll bezahlen, wie beim Ritter der Kokosnuss, ne, mit den Schwalben, so ein Ding, wie wird die Gruppe heißen? Unsere Gruppen sind immer dieselben, und zwar folgendermaßen findet ihr die, organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe LOL, L-O-H-L, ganz easy, oder könnt ihr gerne mit reinjoinen, dazu sei noch mal gesagt, das ist ein Open World Event, kann also sein, dass hier irgendwelche anderen Spieler jetzt gerade eine Daily machen, weil sie sich denken, okay, 9-1 ist geil, aber ich muss jetzt diese eine Daily machen, dann werden wir uns mit denen arrangieren, wir versuchen möglichst koordiniert vorzugehen, weil das ist eigentlich immer das Beste, oder gibt dann das beste Ergebnis. Schauen wir mal, das war erstmal alle herbringen, und dann mischen wir uns so ein bisschen unter die Leute, und gleichermaßen was zusammen, ich drücke euch die Daumen, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, drei Pets, und auch drei Mounts, ne, also mit der Quote kann es gut und gerne weitergehen, und ihr müsst einfach nur nach Maldraxxus kommen, wie gesagt, Kriegsmodus aus, und unten rechts dieser Flugpunkt beim Haus der Seuchen, das sollte dann euer Ziel sein, wenn wir Hexys haben, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne einen Portstein stellen, und dann werde ich gleich erklären, was wir machen, für alle, die das nicht kennen, einige reiten schon los, die kennen sich ein bisschen aus, aber generell die Aussage, Freunde, bitte nichts auf eigene Faust machen, auch wenn ihr die ausstudierten Mischmeister von Südsri Lanka seid, bitte nichts auf eigene Faust machen, was das reinwerfen, was das Mischen angeht, ja, ihr könnt gerne schon sammeln und so weiter, ihr könnt auch gerne ein bisschen Ringelpiez mit anfassen machen, aber bitte das Becken noch unberührt lassen, das wäre sehr, sehr schön. Epix mit dem zweiten Jahr, 24 Monate, ich danke dir, vielen, vielen Dank. Ja, zwei Plätze sind noch frei, wir warten noch einen kleinen Moment, vielleicht kriegen wir eine volle Gruppe hin, das ist natürlich immer ganz schön für die Dropchancen, irgendeiner hat dann erfahrungsgemäß doch Glück, das sieht dann beim Loot immer ein bisschen besser aus und dann warten wir, bis alle versammelt sind und dann erkläre ich, wie gesagt, auch gleich, was wir machen. Ich habe noch einen Tipp für Stadtkinder, damit ihr nicht 10 Minuten latschen müsst, Getränke bei Flaschenpost bestellen, die tragen es auch hoch und Nahrungsmittel entweder beim Supermarkt direkt bestellen oder bei Picknick. Heute habe ich echt einen Lauf, ey, Mighty ist ja heute selber am Influenzen, machst du Firma auf, Mighty, oder wie sieht das aus? Ich habe das einmal gemacht, dann nie wieder, da wollte jemand, dass ich Gesichtscreme teste und plötzlich wollte der mir Hautcreme für 600 Euro andrehen und hat mich 5 Minuten im Laden festgehalten, wollte mich nicht gehen lassen, Junge, okay, da würde ich dann auch verzichten. Freunde, das Mischen funktioniert folgendermaßen, sowohl hier drüben in diesem gesamten Areal als auch dort hinten hinter diesem Hügel Richtung Eingang Seuchensturz, da haben wir Mops und diese Mops sind in der Regel Blubbels, also kleine Blubs, die rumkriechen oder irgendwelche monströsen Schleimskelette. Wenn ihr hier gequestet habt, dann könnt ihr die umhauen und die haben eine Chance, einen Blub auf dem Boden zu hinterlassen. Diesen Blub könnt ihr anklicken, tragen und, bitte jetzt noch nicht machen, aber hier in dieses Becken werfen. In diesem Becken ist Platz für 30 Blubs und je nachdem, in welchem Verhältnis wir die mischen, kommen unterschiedliche Farben und somit auch unterschiedliche Rares zustande. Das heißt, wenn ihr hier nicht gequestet habt, könnt ihr das Beschwören nicht mitmachen, aber ihr könnt dann draufhauen und looten, gar nicht schlimm. Wenn ihr hier aber gequestet habt und das freigespielt habt, dann bitte ich euch so ein bisschen auszuschwärmen und die Farben Rot und Blau zu sammeln. Wenn ihr die dann habt, bildet ihr bitte eine Reihe Blau bei Blau und Rot bei Rot. Und wenn ich sage, okay, wir sind jetzt genug mit der Farbe, wir legen jetzt los, dann, und bitte wirklich erst dann, setzen sich die Reihen langsam und flüssig, denn flüssig ist schnell in Bewegung, und werfen nacheinander die Farbe da rein. Jetzt, wie gesagt, noch nicht. Erstmal müssen alle rankommen und wir sammeln, aber dann wird hier vorgegangen, dann habt ihr hier diese Leiste mit auch den einzelnen Farben, da wird dann angezeigt, drei sind hier schon drin, da vier, und dann müsst ihr wirklich abpassen, am besten immer links ein bisschen schauen, ob da jemand random kommt, vom Questen und gleich was reinschmeißt, und natürlich gucken, ob eure Farbe noch benötigt wird. Wir wollen jetzt Lila mischen, das heißt, wir brauchen gleich 0 mal gelb, 15 mal blau, und 15 mal rot. Wenn ihr also gleich angelaufen kommt, und ihr seht, da ist noch nicht 15 mal blau drin, und ihr habt blau, dann checkt ihr nochmal die Seite am besten, und werft dann ganz in Ruhe eure Farbe hier rein, und dann kommt der nächste, macht das genauso, und das machen wir dann, bis wir das richtige Farbverhältnis haben, ja, und dann eben den richtigen Rare auch beschworen haben. Wir brauchen noch eine Menge blau, rot sieht erstmal ganz gut aus, kann sein, dass wir so oder so dann nochmal los müssen, aber mit Fliegen, denke mal, das geht alles relativ schnell, hier wird noch geportet, wunderbar, und es ist nicht schlimm, wenn wir einen Farbtopf zu wenig haben, das Risiko ist immer da, wie gesagt, dass irgendein Random was versaut, aber auch das kriegen wir hin, es ist viel schlimmer, wenn wir von irgendwas zu viel haben, ja, weil das können wir nicht resetten, nicht wieder abziehen, und deswegen muss man, muss man, muss man da relativ minutiös eben mit arbeiten. Ich mache GmbH, sehr, sehr gut. Ich bin aus Nord-Sri Lanka, und ich werde dein Becken nicht berühren, du perverser Xyru, das freut mich, Finger ist schon an der Bubble. Farbenlehre und wie man eine Schlange bildet mit Craft. Ja, ich glaube, der Bube war es, der hat sich das letztens von oben angesehen, und das sieht schon cool aus, oder? Ich mag das immer, diese koordinierten Bilder, ist schon ganz schön, auf jeden Fall. Gut, dann warten wir, bis auch die letzten mit ihrer Farbe soweit am Start sind, da wird auch noch gekämpft, wunderbar, und dann werden wir jetzt seit einem Anfang, wir haben jetzt nicht durchgezählt, ich werde auch nicht grob überschlagen, wir sind ja auch gerade die Einzigen hier, das heißt, wenn wir gleich merken, okay, es reicht irgendwas nicht, einfach nochmal losfliegen, ja, und dann wieder zurückkommen, die letzten Farbbeutel, die Farbtöpfe, dann reinschmeißen, bitte trotzdem immer schauen, ja, dass gerade kein anderer denselben Plan in dieser Sekunde verfolgt, sonst kann man es zwar gut meinen, aber trotzdem reinscheißen. Dreimal blau noch, ihr habt nachgezählt, ja, das ist natürlich super, dann gucken wir, ob wir blau noch finden, dann fliege ich auch nochmal los, und wenn ich dann gleich zusammen, äh, zusammenkomme, sage ich schon, das wollen wir heute nicht machen, Freunde, ist nicht nach 22 Uhr, wenn ich dann zurückkomme, dann können wir anfangen, aber erstmal gucken wir, ob wir noch so ein bisschen blau finden können, hier liegt ganz viel rot rum, da kann man immer unlucky sein, wir haben hin und wieder im Stream auch die gesamte Farbpalette durchgemischt, so alle Rares, die es gibt, ja, zusammengefügt, das gibt auch einen Erfolg, werden wir demnächst auch mal wieder machen, und ja, dann hat man das Gebiet irgendwann ausgefarmt, ne, dann gibt es einfach kein Blau, oder was auch immer mehr, und hier ist gerade eine ganze Menge Gelb, die werden wir gleich noch brauchen, aber Blau, Blau sehe ich gerade auch nicht, das ist natürlich traurig jetzt, ne, Leute, wir haben Blau einfach ausgerottet, das ist auch nicht schön, Streamer verlangt, am Becken berührt zu werden, die Buffed-Redaktion, ey, Mann, was ist das für ein Add-on, dass man so weit rauszoomen kann, ach so, er fliegt, ey, Mann, Brugona, da hat es ein bisschen geleckt in der Birne, ne, aber das kenne ich auf jeden Fall, da sehe ich mich in der Frage, das kann passieren, passiert den Besten, wieso schlägt dein Bodenreitier so komisch mit den Flügeln, ne, was ist da denn los, hm, Leute, wir müssen jetzt gerade noch warten, ob Blau da ist, ne, und das ist immer eine doofe Situation, dieses Gewarte, aber ob wir jetzt schon reinschmeißen, und dann alle Blau suchen, oder ob wir jetzt warten, bis Blau da ist, das ist ja auch gehoppt wie gesprungen, also wenn jemand, wenn jemand Blau sieht, dann schmeißt das noch nicht gleich rein, sondern gebt, da ist er, hier bei mir, Freunde, hier ist Blau, und dann können wir uns das eben mal noch holen, wunderbar, wunderbar, so, da kam die Berührung des Todes sogar, wir haben hier keine Zeit zu verlieren, sehr schön, Freunde, dann alle, die jetzt noch sammeln, einmal rückwärts gegangen, einmal zurück zu den Reihen, ich werde dann jetzt zuerst reinwerfen, und das ist quasi das Signal dafür, dass wir alle langsam losgehen können, und dann wirklich schön in der Reihe bleiben, ja, wir haben Zeit, wir wollen das koordiniert machen, und dann wird das eine sehr, sehr gute Runde werden, und auch wenn der Rare da ist, bitte nicht mit HCDs alles wegroffeln, ja, das ist auch der eine, der vielleicht gerade noch im Anflug ist, aus Gründen, oder wie auch immer, die Chance hat, da noch aktiv zu werden. Gut, dann vorne setzen wir uns in Bewegung, checken dann hier nochmal beim Becken, wie das aussieht, und dann wollen wir jetzt 0 mal gelb, 15 mal blau, 15 mal rot, das ist unser Ziel, und das versuchen wir jetzt einmal, nicht nur zu verfolgen, sondern auch korrekt am Ende auszuführen, oder ausgeführt zu haben, das hat mein Lehrer immer gesagt in der Berufsschule, wünsche einen angenehmen Tag gehabt zu haben, wo ich auch dachte so, hä, wen willst du jetzt eigentlich verwirren, Mann, also mich auf jeden Fall, aber wie es so ist, ja, die letzten Töpfe, sie fliegen, das sieht sehr gut aus, ein blauer fehlt noch, fehlt uns jetzt echt ein blauer? Nein, wir haben doch extra noch blau geholt gerade, es fehlt trotzdem ein blauer, ja gut, hoffen wir, dass der blaue noch da ist, da ist er, ja wunderbar, sehr gut, das kriegen wir hin. Wir haben eine Zeit lang, alle sechs Monate Musiktester gemacht, für ein Berliner Radio, für die Station, gab damals immerhin 40 Euro, für anderthalb Stunden, aber ich habe den durchschnittlichen Musikgeschmack, immer ordentlich durcheinander gewirbelt, ja, das ist dann so die Geheimaufgabe, Doppelagenten mäßig. Das ist der violette Fehler, Freunde, sehr, sehr schön gemacht, ausgezeichnet, der kann einen Maun droppen, wenn ihr sehr viel Glück habt, und zwar so eine große Todeskralle, so einen riesigen, untoten Vogel, sehr, sehr schönes Tierchen, und ist schon mal vorne weg, wenn der tot ist, natürlich looten, im Idealfall freuen, und dann brauchen wir alle Farben, dann brauchen wir 10 mal Blau, 10 mal Rot, 10 mal Gelb. Das ist dann unser Ziel, und diese Farben holen wir auch wieder, Gelb war ganz viel da hinten, ja, versucht so ein bisschen zu gucken, dass wenn euch schon 10 Leute mit Gelb entgegenkommen, dann nehmt nicht noch Gelb, ja, dann nehmt Blau oder wie auch immer, und wie eben bitte nicht von alleine direkt reinschmeißen, sondern schön wieder hier, in Reihe und Glied ein bisschen aufstellen, und dann mischen wir Nummer 2. Zeigt mal her, wie das aussieht mit dem Loot, da sind Epics dabei, aber, gab es nicht einen Mount? No! No! Nicht einen Mount heute, das ist schade, wir haben so schön gemischt, es gab nur Anima, ah, dafür letztes Mal 3, so gleicht sich das alles aus, ne, hilft uns jetzt zwar auch nicht, aber, heißt zumindest, das nächste Mal können es 5 sein, ne, das ist die Hoffnung, die da bleibt, aber einige looten auch erst jetzt, einige warten so ein bisschen, ne, auf die Gelegenheit, schade, schade, mal hat man Glück, mal hat man Pech, Freunde, mal verliert man, und mal gewinnen die anderen, das wird immer so bleiben, wir versuchen jetzt noch den Umhang Real, na, das Problem dabei ist jetzt nur der Umhang Real, der hat noch beschissenere Dropchancen, als der mit dem Mount, vielleicht, habt ihr alle das Glück ja gepachtet, und dafür droppen jetzt 30 Umhänge, wäre auch okay, brauchst du noch hergestelltes Item gleich, kannst du auch nach dem Stream drauf antworten, ah ja, Crate kann Sachen machen, ja, da würde ich nicht Nein sagen, die Frage ist nur, was du dafür möchtest, mein Lieber, und dann können wir da gerne nochmal gucken, so, ich stelle mich wieder bei Blau mit hin, dränge mich hier vor, eiskalt wie ich bin, und dann warten wir, bis wir uns ein bisschen versammelt haben, Estenra, Hallöchen, hab das Mount First Try im Sologang bekommen, das ist auch super, ich bin auch relativ random in so eine Gruppe rein, hatte noch nicht so den Dunst, und dann, ja, war es in der Tasche, absolut, wird momentan ein bisschen schwieriger sein, weil ich denke, die meisten sind in Cortia am Farmen, deswegen können wir das gerade so auf mega entspannt machen, da hatten wir schon stressigere Runden, aber, das hilft natürlich bei den Dropraten gerade nicht, ne, schick mir dann deine Studdinger, die du haben willst, und welches Item, Platte, Item dann, okay, Dankeschön, Kraid und ich, wir machen ja einfach Deals klar nebenbei, ne, großartige Sache, nein, nicht, Kraid will deine Seele dafür, du, da ist sowieso nichts übrig, also, spätestens wenn Torgas auch durch ist, dann sind die letzten Reste, glaube ich, verbraten davon, habe heute endlich den Pfotenabdruck von meinem armen Wuffel stechen lassen, meinst du dir als Tätowierung Cyro oder wie, ich hoffe, da gibt es Bilder von, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist eine mega, mega, megasweete Geste auf jeden Fall, Kraid will ein Fußfoto, oh Bruder, ich habe ein bisschen Angst, habe ein bisschen Angst, ja, ein bisschen Gelb brauchen wir noch, die Frage ist halt nur, kann auch jemand Gelb holen, der ein oder andere ist noch unterwegs, aber kann natürlich sein bei 40 Leuten, ja, irgendwie, sagen wir mal 15 haben die Quest nicht gemacht oder so, und schon lässt sich das gar nicht so aufteilen, auf Twitter, dann sehe ich das nachher, schön, Zwergischer Lord, hi, hat mein Match endlich auf 60, und direkt mal die Kampagne durchgesuchtet, das sieht so geil aus, das Set, unglaublich geil, Mischung als Nerd und Todesmagier, so wollen wir es haben, der Bube, Gumo, Hallöchen, okay, Leute, ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal an, und dann können wir ja immer noch mal Gelb für den Notfall holen, ne, wenn sich das jetzt nicht ausgehen sollte, deswegen, wie eben, schön langsam, ja, in der Ruhe liegt die Kraft und die Farbe, und dann wird das, denke ich, eine saubere Sache, 10 mal Gelb, 10 mal Blau, 10 mal Rot, ja, also nicht noch mal 15, sondern 10 von jedem, und dann kann es sein, dass wir gleich noch mal losflattern und Gelb suchen müssen, aber das ist halb so schlimm, das hat ja eben auch problemlos funktioniert, Gelb fehlt noch ein bisschen, jawohl, das heißt, wir reiten noch mal aus, ruhieren, und hoffen, dass wir den noch finden, oder er will dafür in deine Ecke pinkeln, während seine Mom zuschaut, jo, die Toiletten-Story wird Crate noch ein bisschen verfolgen, aber, das hält der Mann aus, ja, das kriegt er schon hin, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dann gucken wir hier oben noch mal, da sind auf jeden Fall viele unterwegs, ja, kommen sie schon mit Gelb, okay, wenn einer Gelb hat, der Bruder hat einfach minus 10% Fluggeschwindigkeit mit dem Eimer auf dem Rücken, schön so Winnie-Pooh-Lieferung mit dem Honigtopf, finde ich gut, und, dann gehe ich mal davon aus, dass da noch mehr an der Quelle saßen und jetzt hinterher kommen, ich hoffe, er war nicht der Einzige, das wäre natürlich schade, ich spiele auch endlich mal mein Mage hoch, beziehungsweise habe den ja schon hochgespielt, aber jetzt habe ich endlich dann auch mal ein DD, wenn einer fragt, will noch ein DD mit, das war immer blöd, wenn man nur Heiler oder Tank gegiert hat, die als DD eher meh sind, das ist absolut richtig, ich erinnere mich da an so einen Abendknolde, da kamen wir uns da auch so ein bisschen ins Gehege, und da ist er, Leute, ey, also auch wenn der Loot heute nicht stimmt, das ist ein schwacher Trost, aber das war eine der besten Mischrunden ever, ja, also wenn irgendwer in der Gruppe dabei war, der sich nie in einen Raid getraut hat, ihr seid ready, ihr seid sowas von ready, da könnt ihr rasieren, da könnt ihr ausrasten, ja, das ist überhaupt kein Problem, ich drücke euch die Daumen, dass jetzt hier dieses super seltene Quest startende Item droppt, für den Umhang, den ich immer noch nicht in Guideform gegossen habe, weil ich lieber krank reinsuchte in 9.1, weil ich ein fauler, mieser Verbrecher bin, das haben wir am Anfang heute schon geklärt, aber sei es drum, wir brauchen Umhänge, Schei ist da, Hallöchen, Hallo, na, Achso, ja, wir mischen, und wir mischen uns nicht nur ein, sondern wir mischen auch schöne Rares, wie 39? Umhänge, achso, ja, ja, also 39 Umhänge nehmen wir auf jeden Fall auch, das ist gar kein Problem, wie ist das eigentlich mit dem Key eintauschen, bekommt man dann 15er, wenn man 15er eintauscht, ne, ich glaube, da geht ja mal eine Stufe runter, oder? Du kannst die Keys ja jetzt gezielt runtersetzen, so, oder umtauschen, wie auch immer, ich bin keine M-Plus-Koryphäe, deswegen hoffe ich, wir haben gleich den ein oder anderen, der da aus der Seite reingrätscht und genau weiß, wie das aussieht. So, wir haben Anima, wir haben Anima, wir haben ein Haustier, sehr selten, Spank, GZ, sieht auch total super aus, da kann man sich mal freuen, kleiner Haufen Kacke, dann haben wir, Umhang, noch ein Haustier, aber leider nicht den, der die Quest droppt, schade. Leute, heute weder Reittier, noch super seltener Umhang, aber gut, bei dem Item super seltener Umhang, könnte man sich ja fast denken, dass das nicht so häufig droppt, dennoch, mega sauber gemacht, die Geschichte, können wir super gerne auch wieder häufiger machen, demnächst bestimmt auch mal eine große Runde, wo wir wirklich alles aus diesem Becken rausholen, was geht, jetzt sieht es gerade aus, wie ein öffentliches Schwimmbad, und dann gibt es auch einen Erfolg und egal was droppt, die kriegt dann alle irgendein Spielzeug am Ende. Sehr, sehr cool durchgezogen. So wollen wir das haben. Ich würde sagen, da wir auch noch ein bisschen Zeit haben, wollen wir noch einen Sonnentänzer machen. So für die guten alten Zeiten. Das ging ja so schnell gerade mit dem Mischen, wunderbar. Machen wir für den Abschluss, für die Lulz, noch einen Sonnentänzer und dann haben wir Open World doch gut was mitgenommen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön gewesen. Wuhu, Mikrowelle angekommen und Schatz ist auch da, Gedankengang von Craft. Ja, also Shai war schon ein bisschen länger da, aber hat sich erstmal in die Chill Zone begeben. So nämlich. Kuvertifix, Shai. Hätte noch ein Foto von einem unglaublich dreckigen Fuß meiner besten Freundin, während eines dieser berüchtigten Matsch wacken. So bei Interesse bin ja gern behilflich. Ja, vielleicht gibst du auch 40 Euro pro Bild, Mone. Ich leite das mal so weiter. Glaube aber selber nicht dran. Wobei der Bube war ja gerade da. Vielleicht so der eine trinkt einen Kaffee, um in den Tag zu starten, der andere braucht ein schmutziges Fußbild. Da ist ja auch jeder anders. Wieso denn nicht? Schneller Run durch S.O. Ja, nochmal fix eine Runde. Ich habe die Post vergessen. Ich logg nochmal um. Nochmal schnell eine Runde irgendwie an Toros. Bisschen Dasalordis das. Maverett, danke, dass du schreibst. Ich habe das echt wieder vergessen. Also bei Post ist mein Gedächtnis wie so ein Sieb. Ich bin einfach nur froh, dass ich eure Post IRL nicht immer so vergessen habe. Aber da habe ich ja auch eine App, die mich mehrmals am Tag dran erinnert. Und Maverett hat den Job einfach gerade übernommen auch. Denken sich, Bruder, ich bin Multitalent, kein Problem. Ich mache auch die App, wenn es sein muss. Ding, Ding, da ist immer noch ein Paket in der Packstation. So, Leute, ich logge nochmal um. Wir checken noch schnell, was mir geschickt wurde. Ihr könnt euch gern schon mit Kriegsmodus aus, ich wollte gerade sagen, wie war es nochmal, Kriegsmodus aus, ja, in den Süden der Bastion begeben. Auch da gibt es nochmal eine Mount Chance. Und das wäre natürlich mehr als verhext. Wenn der Sonnentänzer jetzt auch nicht gönnt, dann aber, Freunde, dann können wir uns auch nicht mehr helfen. Key tauschen, wird Random ein Key derselben Stufe, Depleten wird eine Stufe niedriger, desselben Keys. Tauschen im Dungeon, Depleten vor dem Weekly Vault, vor der großen Schatzkammer. Miss Müde. Dankeschön für diese deutlich schönere Zusammenfassung, als ich sie gegeben habe. Deutlich schöner. Vielen Dank. Wir haben von Maverett, Ah, das Futter. Das habe ich tatsächlich auch bekommen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und wie Maverett sagte, kann es dann direkt an Shy weitergeschickt werden. Dann machen wir ein Postsystem. Ja, zack, zack und weiter geht's. Wunderbar. Maverett, Dankeschön für diese wunderbaren Sachen, die mich hier immer wieder erwarten. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Sohi, Philo, Hallöchen. Grüße, Grüße. Ach, man kann nur Key wechseln am Ende vom Dungeon, der die gleiche Stufe hat wie dein Key, hier also erst einen 15 Cancer. Crate ist begeistert, oder? Ich mag auch diesen Smiley dahinter noch mit diesen Dächern, diese Dachaugen, wie wir auf gut Deutsch sagen, da ist Crate wieder die helle Begeisterung einfach. Ja, das pure Leben, was aus diesem Mann sprudelt. Gut, solange es nur das ist, Freunde, solange nur das Leben aus euch sprudelt, ist das gar kein Problem. Ich mache mich auf den Weg nach unten. Wie immer ist es so, wenn ihr selber einen Gleiter habt oder wenn ihr auf Ereda spielt, dann könnt ihr dieses Event, sprich die Beschwörung, gern übernehmen. Ist ein bisschen tricky, aber wenn ihr die Beschwörung übernehmt, dann habt ihr die allerhöchste Mountdrop Chance, annähernd 100%. Kann ich euch nur anbieten. Das Ganze wird wie der Server übergreifend sein. Ihr braucht nur einen Hortler, ihr braucht einen inaktiven Kriegsmodus und dann sollte das eine schöne Abschlussrunde werden. Ich mache schon mal die Gruppe auf, hätte ich fast gesagt, aber ich muss erst mal gucken, ob der Sonnentänzer bei mir da ist oder ob auch da der ein oder andere Solo-Farmer dachte, hmm, grinde ich heute in Kortia oder gönne ich mir lieber eine Runde Sonnentänze um 18.24 Uhr. Wir Pandaren wissen es nicht. Wir finden es raus. Ja, da ganz unten an den Arsch der Heide müssen wir. Passiert was, wenn ich hier durchfliege eigentlich? Mal sehen. Oh, 9.2 liegt? Nee, gar nichts. Na gut, wäre cool gewesen, oder? Wenn das einen kleinen Speed-Up gegeben hätte. Hätte ich sehr gefeiert. Absolut. War eigentlich seit Release mal der Longboy im Aha drin. Und was ist der Startpreis? Ich glaube ja, oder? So, Daniras und einige andere callen ja ganz gern, was im Schwarzenmarkt gerade ist. Auch mal im Gilden-Chat, aber auch hier auf Twitch. Und ich glaube, Longboy war in diesem Zusammenhang schon mal Thema. Das Parler-Equip sieht echt nice aus. Was ist das? Das ist überwiegend ein altes PvP-Set. Ich glaube, aus WOD. Und dann einfach die Lego-Schultern hier vom Platten-Set aus Shadowlands. Dazu dunkle Haare, Schild aus der Drachenseele und ein Artefakt-Skin aus Legion vom Tank-Pally-Schutzschwert, vom Wahrheitshüter und eben der Klinge dazu. Letztens bei Rexha war der drin. Startet bei 5 Millionen. Ja, der Bube natürlich auch. Seht ihr, klar. Auch jemand, der sich genauestens auskennt. Ja, der vermutlich die Sachen sogar einstellt. Könnte ich mir auch vorstellen. Absolut. So, Sonnentänzer. Mach mal Ansage. Bist du da? Oder bist du unterwegs? Ich gucke mal, ob ich ihn finde. Der ein oder andere von euch ist auch schon hier. Das ist super. Und da wird auch rumgeflogen. Aber es sieht gerade gar nicht ganz so gut aus. Es sei denn, er dreht jetzt wirklich hier hinten seine Runde. Aber auch da scheint er nicht zu sein. Ne. Freunde, ist bei jemanden von euch, ist schon wer da auf dem anderen Server und hat den Sonnentänzer aktiv vor sich, dann möge er sich gerne melden. Und dann würden wir bei ihm einfach auf den Server einmal rüberhoppen. Dann würden wir das so machen. Ich bin so satt. Pizza war eine gute Idee von Männe. Pizza ist immer eine gute Sache auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genau so. Dann hoffen wir, dass gleich irgendwer einen passenden Server irgendwie hat. Einen Schaden, einen Layer. Wie auch immer. Nicht nervt, dass ich nicht einfach 350 Euro gezahlt habe, als Donation für die fehlenden 3,5 Millionen Gold und das Ding gekauft habe. Echt? Ich bin da relativ gelassen, muss ich sagen. Aber ja, wenn man da Sammler ist und gerne auch dieses Mount natürlich dann am Start hätte, es erleichtert ja auch wirklich sehr, sehr viel. Da kann man sich hier und da absolut in den Arsch beißen, das stimmt. Jetzt ist doch eigentlich safe, dass 9.2 der letzte Patch von Shadowlands wird, weil Jailer muss ja eigentlich der Endboss von dem Addon werden und noch länger können sie den Fight doch nicht ausweichen, weil er jetzt ja Empowered ist, oder? Tja, aber wer weiß, wo es noch hingeht. Wer weiß, ob nicht zwischenzeitlich noch die Verschlinger durchdrehen oder wie auch immer. Wobei man die ja auch in so einem Zwischenraid irgendwie verbuchen könnte, ja, wie Hallen der Tapferkeit und die Prüfung dazu, dann mit 9.1.5 irgendwie Traditionsquest rein und Verschlinger-Raid, ja. Das kann man, denke ich, strecken, aber ich bin da durchaus bei dir. Kann auch gut sein, dass 9.2 dann das große Finale wird, ja, und alle anderen Storystränge im Rahmen der Kampagne generell von Shadowlands über die Ruhmstufen und über solche kleineren Geschichten dann zu Ende gebracht werden, ja. Ich benutze den fast nie, vor allem nicht in Oribos, da kommen immer die ganzen Geringverdiener an, Junge, die sammeln sich um dich, ne. Wie es so ist. Kaum kannst du fliegen, kommst du nicht mehr an mir vorbei und da kann ich dir nicht mehr sagen, ob der da ist, ja, das Fliegen. Du kannst ja in der Luft warten. Boah, die stellt sich hier auf so eine Säule obendrauf oder so. Wie es so ist. Ich wollte sneaky die Mikrowelle ready machen, aber kannst du knicken. Zu viel lautes Styropor, ja, das machen wir gleich ganz in Ruhe. Kein Problem. Ja, Freunde, wir warten noch. Ich würde sagen bis halb, bis 18.30 Uhr. Wenn der Tänzer da nicht da ist, dann müssen wir es auf einen anderen Tag verschieben. Ist ja gar nicht schlimm. Dann sind wir heute ein bisschen unlucky, was Spawns und Dropraten angeht. Aber das ist ja nicht schlimm, denn wer einmal ganz unten ist, der kann auch wieder nach ganz oben klettern und dann sieht das bestimmt demnächst wieder deutlich besser aus. Ich habe es auch einfach mit WoW-Marke gekauft, nachdem ich gemerkt habe, dass ich mit Echtgeld deutlich effizienter bin als mit egal welcher Farbenmethode und leider hat es mir das Gold sammeln kaputt gemacht. Ja, wollte ich sagen, da muss doch jetzt noch irgendwie die andere Seite kommen. Habe ich doch, aber du bist einfach weggeflogen. Ach so. Ja gut, Woody, die Schuld nehme ich dann auf mich. Eiskalt. Der Jailer hat ja bis jetzt nur eine Rüstung. Vielleicht müssen wir ihn davon abhalten, eine Waffe zu bekommen. Könnte auch sein. Ja, absolut. Ihr müsst ja erstmal hinfliegen. Ja gut, wenn jetzt der ein oder andere von euch unterwegs ist und es wird dann 31 oder 32, dann ist das ja auch nicht schlimm. Aber so in dem Dreh. Nur um zu sagen, dass wir hier jetzt nicht warten, bis er hier spawnt. Und genau deswegen wird er es Punkt 30 tun. Das wichtigste Mauen für mich in ganz WoW von der Nützlichkeit ist eindeutig das große Expeditionsjack. Ich kann verkaufen, reparieren und moggen. For real, schönstes Ding, das waren die besten 120k. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Da man jetzt fliegen kann, kann man den Tänzer nicht einfach so anklicken. Das kannst du schon, du kannst ihn nur nicht landen. Dazu brauchst du nach wie vor diesen Gleiter. Deswegen kannst du den auch als Demon Hunter nicht einfach holen oder mit einem Inji-Fallschirm oder wie auch immer. Katakuri, danke schön für dein Abo. Vielen Dank. Heute dein Late-Night-Stream. Kraft und Scheiber Mikrowelle aufbauen. ASMR und alles inklusive. Oh toll. Sogar ein bisschen Essen dazu, wie es sich dreht in der Mikrowelle. Ach, herrliche Sache. Tini, Hallöchen. Fehlt noch ein Mount mit Briefkasten. Ja, das trägt dann den Briefkasten so als Hut auf den Kopf. Kann man das Jack noch kaufen? Ja, müsste für 120K im Kunlai-Gipfel bei diesem Grummelposten kaufbar sein. Wie hieß der? Einfass oder so? So ein halb östlicher Flugpunkt im Kunlai-Gipfel und da stehen die Kollegen, züchten ihre Jacks. Da könnt ihr zwei normale Mounts kaufen und dieses große dann mit dem T-Mocker drauf und so weiter. Für den Briefkasten habe ich mein Spielzeug aus Dalaran. Ja, das ist bei mir auch in Dauernutzung. Gerade wenn ich irgendeinem Twink was zuschicke, der jetzt noch in der Pampa steht, vom Mountcampen oder wie auch immer. Das ist dann das Beste, was es geben kann. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass sie dieses Postbrief, was auch immer, Kastenspielzeug mit reingebracht haben. Weil ohne das, Junge, da hätte ich schon Strecken zurückgelegt. Ja, belastend. Aber ganz ehrlich, wenn in Uribos ein Aha-Mount ist, gehe ich da auch nur hin, weil ich faul bin, zum Sachenverkaufen. Ja klar, same. Absolut genau dasselbe hier. HiCraft, eine Frage abseits zu Shadowlands. Kann man die Waffenskins aus WOD wie die veränderliche Teufelsklinge noch bekommen? Ich weiß nicht genau, ob es das ist, aber ich nehme an, du meinst die Waffen, die es damals im Challenge-Mode gab. Und dann ist die Antwort Nein. Das ist genau dasselbe wie auch das Challenge-Mode-Gelöt aus MOP oder die Magier-Turm-Skins aus Legion. Das waren damals eben bestimmte Herausforderungen und nur die, die es damals geschafft haben, können die Sachen kaufen. Und ich denke mal, das ist so ein Schwert mit so einer heftigen Animation auch, ja. Wie auch diese Gläwe, vielleicht kennt ihr die Gläwe des Wolkenlieds oder auch so das ein oder andere Mount. Die sind wirklich nur in dieser zeitlichen Frist erspielbar gewesen und die können jetzt nicht mehr nachgeholt werden. Kein Mount mit Briefkasten, aber ein Bernadiner-Pad mit einem Briefkasten um den Hals. Ja, da gucke ich auch häufiger rein bei dem Pad. Bei mir ist er auch nicht da. Ja gut, Leute, dann haben wir es probiert. Dann können wir das leider gerade nicht ändern. Ich kann euch aber noch mit auf den Weg geben, wenn ihr den Sonnentänzer holen wollt. Das ist ein Rare, der hier patrouilliert, in der Nähe, wo ich bin. Ganz unten im Süden der Bastion. Ihr braucht zwei Bedingungen. Zum einen müsst ihr hier auf dieses Siegel klicken und habt dann eine halbe Stunde Zeit mit diesem Buff. Und ihr braucht einen sogenannten Himmelsschreiter-Gleiter. Die Kombination aus Himmelsschreiter-Gleiter, den ihr einfach zieht und dann zu dem Mount rüberfliegt, am besten von einer hohen Position. Und diesen Buff von diesem Siegel. Diese Kombination erlaubt es euch, das Mount quasi zu betreten, mit Rechtsklick quasi aufzusitzen und es im Folgenden dann zu landen. Wenn ihr nämlich drauf sitzt, dann kriegt ihr so einen extra Button wie bei Eona. Müsst den einfach smashen, bis der landet. Und dann ist es euer Tierchen. Und alle, die drumherum stehen, können auch mit draufhauen, aber ihr als Reiter, Comic-Sai, ihr habt quasi die höchste Drop-Chance. Und der wollte heute nicht, da hat er uns den Stinkefinger gezeigt und das hat er sich auch verdient, oder? Weil der Sonnentänzer, das war das Event, was wir monatelang jedes Mal vom Stream gemacht haben. Jedes Mal. Und heute hat er gesagt, Bruder, gönne ich dir nicht. Ja, ihr habt beim Mischen schön gespielt, es gab aber keinen Loot und da sehe ich mich auch, hat er sich gedacht. Vielleicht war der selber beim Mischen und ist deswegen zu spät gekommen. Man weiß es nicht, ja. Und nicht verwechseln mit leichte Feder. Genau, ihr braucht diesen besonderen Gleiter. Ja, ihr könnt das nicht tricken. Ihr könnt nicht einfach ranfliegen als Demon Hunter oder mit dem Fliegen von Shadowlands. Ihr braucht den Buff vom Siegel, ihr braucht den Himmelsschreiter Gleiter und ihr braucht natürlich eine Phase, wo der Sonnentänzer da rumfliegt, dann eine Klippe suchen, warten bis er vorbeikommt, runterspringen, Gleiter ziehen, ran, aufmauten, Button drücken. Klingt kompliziert? Ist es eigentlich nicht und vielleicht findet ihr den Gleiter günstig im Aha und könnt euch das gönnen. Ansonsten machen wir es demnächst aber auch nochmal aufentspannt. Das rennt uns ja nicht weg. War jetzt nur schade fürs Ende, aber ja, man braucht ja nicht immer ein gutes oder schlechtes Ende. Manchmal reicht es ja, wenn es ein Ende an sich ist. Und mit einem Sub dazu ist doch alles wieder wunderbar. Game Overlord. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Damit sind wir am Ende des heutigen Streams. Vielen, vielen Dank für euer zahlreiches Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Mitkommen, fürs Mitmachen und natürlich für euren tollen Support. Wer neu dabei ist, wir streamen hier jeden Tag ca. 16 Uhr. Momentan wegen Petschreib nur WoW. Jeden Tag Bam Bam, Cortia, Rares, Open World, alte Raids für T-Mog, Lore-Diskussionen und und und. Freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ansonsten gibt es auch unter YouTube, unter YouTube, Alter, muss dringend was essen, unterm Stream viele Links zu meinen Sponsoren, zu YouTube, auch tägliche Videos, ja, zu M+, zu PvP, zur Story und so weiter. Checkt das gerne mal aus, würde ich mich freuen. Und das war es soweit von mir. Ab dem 19, ab dem 19 werden wir montags und donnerstags wieder außerhalb von Azeroth unterwegs sein. Da spielen wir Cyberpunk und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und das war es jetzt auch von mir, Leute. Dankeschön fürs Dabeisein. Habt noch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ciao.